Vor 30 Jahren kam ein Batman-Film in die US-Kinos, den viele Fans als den vielleicht besten Batman-Film überhaupt bezeichnen. Batman Mask of the Phantasm. Batman und das Phantom, wie er hierzulande heißt. Und nicht nur bei dieser Zeichentrick-Film sein Jubiläum feiert dieses Jahr, sondern weil es auch perfekt in die winterliche Jahreszeit passt, wollen wir heute über dieses Werk aus dem Jahr 1993 von den Machern der Batman Animated Series sprechen. Und damit willkommen zur Ausgabe 167 des Batman-News-Badcast, bei dem wieder alle mit am Start sind, die Rang und Namen haben. Also Masken runter. Marian, guten Abend. Hallo. Gerd, servus. Guten Abend. Henning sei gegrüßt. Hallo. Jüngst verschollen, jetzt wieder mit an Bord, der Rico. Ja. Da muss ich manchmal ein bisschen Rahmen machen. Das stimmt. Also zu einem ersten Teil bist du ja meistens mit dabei. Ja, gucken wir mal, ob wir es zum zweiten Teil schaffen. Mal gucken, es bleibt spannend. Ja, Batman und das Phantom, wie er in Deutschland heißt. Lange hatten wir den schon auf der Liste, den zu besprechen. Gleichzeitig haben wir ihn immer wieder zurückgestellt. Gleichzeitig haben wir ganz viele höhere Anfragen bekommen. Wann sprecht ihr über den Film? Und wir wollten uns halt einfach auch die Zeit dafür nehmen. Und wie er vielleicht schon an unseren letzten Ausgaben gemerkt hat, Wir haben gerade die Zeit dafür, über viele Sachen zu sprechen, für die es sonst keine Zeit war. Und jetzt dachten wir, so als kleines vorweihnachtliches Geschenk an unsere Hörer, sprechen wir endlich über Batman und das Phantom. Im Zuge dessen, ich habe da was bei Ebay ersteigert. Und zwar das hier. Das sehen jetzt meine Kollegen auch gerade zum ersten Mal. Das hier ist ein Flyer für den Verkaufsstart von Batman und das Phantom für den Videoverkaufsstart, muss man dazu sagen. Für die jüngeren Zuhörer. Damals erschien der Film in Deutschland nicht in den Kinos, sondern direkt auf VHS-Kassette. Also das war so ein doch recht grobes Teil mit einem Band gefüllt, auf dem sich dann Filme befanden. Genau, und hier in diesem Dokument sind halt ganz viele Kartonaufmacher drin, hier so zum Umblättern. Und ja, da sollte halt eben dem Markt Lust drauf gemacht werden, diese Videokassette mit ins Sortiment aufzunehmen. Und hier sind auch ein paar Zitate zu dem Film mit aufgeführt. Unter anderem, Einer der einfallsreichsten Filme des Jahres im Stil von Tim Burtons Batman. Einer der aufregendsten und überzeugendsten Filme des Jahres. Eindrucksvoll, beinahe wie Live-Action. Die definitive Super-Animation. Batman amüsant und wundervoll gezeichnet. Das sagt ein Blatt aus San Francisco. So, und auch im Fankreisen heißt es immer wieder mal, Batman und das Phantom sei so im Animationsbereich, aber vielleicht auch als Batman-Film generell so das Beste, was man sich anschauen kann. Und deswegen so die Frage in die Runde, gilt das auch für euch? Was denkt ihr über Batman und das Phantom? Ist das der beste Batman-Film, den man sich geben kann? Ähm, ich würde es mit Nein beantworten. Ich habe mir den Film jetzt seit langer Zeit, noch nicht allzu langer Zeit, aber seit langer Zeit es wieder mal angeguckt und habe zuerst gedacht, ach Mensch, jetzt auch so mit The Dark Knight Returns so im Hintergrund, habe ich dann manchmal gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie ganz anders. Dann habe ich darüber nochmal nachgedacht und habe mir den einfach nochmal angeguckt, dann direkt komplett auf Englisch. Und habe gedacht, nee, der ist schon ganz schön gut, aber der hat eine ganz andere Art von Qualität. Und so ein richtiger, bester Batman-Film ist es nicht, würde ich sagen. Aber der rankt bei mir trotzdem sehr weit oben. Vor allem, das werden wir wahrscheinlich ja hin und wieder noch so ein bisschen rausschälen, weil er einfach eine, der ist einfach sehr wichtig für diesen Animated-Batman. Und ich merke jetzt, je älter ich werde immer mehr, dass das quasi mein Batman ist. Ähm, also bester Batman, also es ist ein guter Batman-Film, würde ich mal sagen. Aber ich finde auch tatsächlich, dass er, also für mich ist er schlecht gealtert. Also ich hatte ihn wesentlich besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt gesehen habe. Aber natürlich auch einfach, vielleicht hat Marian recht, der sich im Nachgang daran liegen kann, dass wir halt vor kurzem Dark Knight Returns gesprochen haben, der ganz anders in der Machart ist. Und dass man sich erst mal wieder auf diesen Animated-Stil halt einlassen muss, dementsprechend. Also ich sage, als bester Batman-Film würde ich ihn nicht bezeichnen. Henning, wie sieht es mit deiner Meinung aus? Aber bei bestem Batman-Film tue ich mir in der Tat ebenfalls schwer. Das kann ich klar verneinen. Wenn ich jetzt über den besten Animationsfilmen nachdenke, sieht das schon wieder anders aus. Wenn ich das insgesamt ranken müsste, würde ich es auch sagen, nee. Aber der Film ist, der hat schon was Besonderes. Ich glaube, der hat so, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das kommen wir jetzt in der Besprechung noch hin. Ich finde, der hat so seine ganz eigene Atmosphäre, der hat auch seine ganz eigene Magie. Aber bester Batman-Film auf jeden Fall nicht. Das liegt aber daran, ich habe das letzte Mal ja schon gesagt, das würde bei mir wahrscheinlich auch kein Animationsfilm letzten Endes schaffen. Also das wäre wahrscheinlich bei mir immer ein Realfilm. Von daher. Ja. Also ich muss mal sagen, ich habe den jetzt auch lange nicht gesehen. Ich fand den jetzt nicht schlecht gealtert oder so. Aber genau, für den Superlativ reicht es dann auf jeden Fall nicht. Rico, du bist ja auch groß auf einer Animated-Series. Auch dann mit der aufgewachsen. Wie sieht es dann bei Batman und das Phantom aus? Ist das der Batman-Film schlechthin für dich? Ja, also ich mag den schon echt gern. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass es mein Lieblings-Batman-Film ist. Und ich würde auch mich schwer tun, ohne einen Animationsfilm zu ranken. Den kann man schon gucken. Der ist leicht zum Durchgucken. Der geht ja auch nur irgendwie eine Stunde, zehn Minuten, glaube ich. Aber trotzdem ist es halt so, ja, es ist halt im Endeffekt doch nur eine lange Animated-Series-Folge, die aber dafür viel richtig macht und viel gut macht. Wie Marion schon sagt, so Batman schon sehr gut trifft für mich. Das ist dann schon echt cool. Und vor allem auch mal ein Original-Villain, wenn man das mal nach 30 Jahren, keine Ahnung wie viele Jahren sagen darf. Das hast du ja heute seltener, dass halt so ein Film mal mit einem Bösewicht kommt, wo man nicht direkt weiß, wer es ist und so. Heute hättest du dann, aber ja. Das ist interessant, weil wir auch nicht im Vorfeld drüber gesprochen haben, wie wir zu dem Film stehen. Habe ich jetzt mehr damit gerechnet, dass das doch auch bei euch mit im Kopf schwingt, dass das mit zu den besten Batman-Filmen zählt oder teilweise vielleicht sogar der beste Batman-Film sein könnte. Für mich war das damals auch nicht der Fall. Das hat damit zu tun, wie Henning auch sagt. Ich bin, was Zeichentrick-Filme angeht, nicht so der Rezipient wie für Filme. Ich merke mir da weniger, die berühren mich weniger stark und würde auch sagen, dass ich einen guten Film finde. Er ist ein gut geschriebener Film. Aber, und das ist das Schöne ja immer an unseren Besprechungen, wenn man dem Ding dann auf den Grund geht, dann passiert es dann oft, dass man sagt, ah, okay, ja, und lernt das Ganze dann neu zu schätzen. Und so wollen wir das dann eben auch heute angehen. Aber wir gehen jetzt erst noch mal zurück an die Anfänger. Und deswegen, der Film wurde jetzt nicht mit einer großen Marketingkampagne begleitet, weder in den USA damals noch hier in Deutschland. Deswegen wollte ich euch mal fragen, wann habt ihr denn von dem Film auch das erste Mal gehört beziehungsweise ihn denn das erste Mal gesehen? Ich fange mal beim Gerd an, weil da immer eigentlich so meine Hoffnung mitschwingt, dass du damals direkt am Start den Film auch gesehen hast. Wann war dein erstes Seherlebnis mit Batman oder das Phantom? Das war dann schon fast zufällig. Ich bin also in eine Videothek reingegangen und da stand da halt so plötzlich so ein Pappaufsteller. Ab dann und dann, also ich glaube, ich komme schon irgendwie zwei Wochen später hier erhältlich. Batman und das Phantom. Es gab doch keine großartige Werbung in Deutschland. Da war ich jetzt noch ein bisschen überrascht und ich habe mir dann sofort gekauft. Also ich hatte damals die VHS mir gekauft. Du hast also die 39 D-Mark 95 ausgegeben? Ich habe 39 D-Mark 95 ausgegeben für eine Batman VHS-Gassette. Ja, das ist eines Zeichendrickfilms. Damals hat man so etwas gemacht. Abgefahren. Ja, krass. Marian, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Die Mauer war gefallen. Du hattest direkten Zugriff. Ja. Wann kam der Film in dein Blickfeld? Ich wusste, dass diese Frage kommt und kann sie immer noch nicht eindeutig beantworten. Ich würde jetzt einfach wieder auf Dino schieben und sagen, das wird doch irgendwo mal in den Adventures beworben worden sein. Aber das ist, ja, okay. Also das wurde, das wurde damals in diesen, als es mich interessiert hat, Screenfun. Ich habe das jetzt auch noch daheim irgendwo, ich müsste mal suchen. Dino Adventures, das war immer dieses Komma, also dieses Plakat. Das Bild, genau. Das habe ich mehr im Kopf als den Film an sich. Das ist mir dann aufgefallen. Wobei man sagen muss, also der Film kam damals 1994 in Deutschland raus. Die Dino Comics gab es erst ab 95. Also da muss der Film schon auf dem Markt gewesen sein und haben die ihn wahrscheinlich immer noch weiter beworben. Naja, du hattest ja hinten manchmal so, auf der allerletzten Seite hattest du ja manchmal dann so diese, und ich, das wirst du vielleicht besser wissen, Bernd, ich könnte schwören, ich habe ihn das allererste Mal in der Fernsehausstrahlung gesehen. Später irgendwann. Also nicht so in dieser Range, sondern in den späten 90ern, denke ich, habe ich den im Fernsehen gesehen. Bei RTL lief er damals am 01.01.1995 und dann später, so 99, lief er dann nochmal bei RTL 2. Ja, das vielleicht. Weil ich weiß, ich hatte Sub-Zero, also den zweiten abendfüllenden Direct-2-Film allerdings, den hatte ich auf Videokassette, da haben offensichtlich meine Eltern nur in 30 Mark ausgegeben. Keine Ahnung. Das war mein erster Batman-Trickfilm, den VHS-Dings. Mask of the Phantasm habe ich erst viel später gebraucht bekommen. Normale Qualität, aber ja, gebraucht. Irgendwann, irgendwo herbekommen, genau. Und der ist dann irgendwann kaputt gegangen und dann, ja, die üblichen Wege. Eiszeit war 97 und dann wirst du wahrscheinlich die RTL 2-Ausstellung war 90 gesehen haben. Das kann auch sein, ja. Henning. Ja, Henning. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute, dass ich ihn tatsächlich erst im Fernsehen gesehen habe. Du hast gesagt, erster, erster, was? 95, ersten, ersten, 95 RTL, ja. Das könnte schon hinkommen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn war es vorher, dann war es aus der Videothek ausgeliehen und dann habe ich ihn nicht selber ausgeliehen. Also das war ich sicher. Also es kann gut sein, dass ich ihn auf Video mal irgendwie gesehen habe. Ich kann mich da nicht mehr bewusst dran erinnern. Dürfte wahrscheinlich dann aber, weil der kam, wann kam er auf VHS? Auf 94, ne? Bei 94 kam er in Deutschland auf VHS. Also der kam schon relativ schnell im Fernsehen, ne? Das ist gar nicht nur so noch dazwischen. Ja, dann könnte es sein, dass ich ihn tatsächlich erst im Fernsehen gesehen habe. Das könnte dann schon sein. Bin gerade verwundert, dass die auf RTL lief. Haben die einen Warner-Deal gehabt und haben den nochmal sich exklusiv lizenziert? Weil ich meine, das ist ja komisch, weil die Anime-Zieb ist ja bei Pro 7 lief. Deswegen bin ich gerade verwundert, dass der Film dann bei RTL premiere ist. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja. Ich kann mich damals, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals am 1.1., es war ja nach Silvester, ist klar, dass das in diesem Feiertagsrahmen, ich glaube, das war so nachmittags bei RTL auch lief und war damals auch verwundert, dass es nicht bei Pro 7 lief. Ja, genau. Also kann sein, dass ich ihn in der Zwischenzeit auf Video gesehen habe, aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann mich an das erste Mal nicht erinnern, als ich den Film gesehen habe. Also, ja. Ja. Ja, ihr habt ja jetzt schon so eine kleine Erinnerung aufgerufen, damals ins Jahr, ja, 94 in Deutschland, aber der Film kam ja damals raus in den USA am 25. Dezember 1993. Man hat sich auf einen Weihnachts-Release damals geeinigt, den Film rauszubringen. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen, das haben wir ja bei der letzten Besprechung auch gemacht, mal so ins Jahr 1993 blicken. Das letzte Mal hat man auch noch das politische Geschehen zu der Zeit. So weit wollen wir diesmal gar nicht gehen. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass, glaube ich, das Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das hatte ich so als Rand-Fact fürs Jahr 1993 notiert. Ansonsten, was ja immer wieder Spaß macht, ist, wenn ich euch sage, was so die, ja, die größten musikalischen Hits aus dem Jahr 1993 waren. Wollt ihr, dass ich singe oder dass ich einfach nur den Titel sage? Nee, sing doch. Okay. Wump, where it is. Von? What? Kenn ich nicht. Wump, where it is. Ja, doch, doch, das kenne ich schon. Tag team, back again. So schlecht war das jetzt auch nicht gesungen. Sorry, Leute, ey. Ja, aber ich kenne es nicht. Party people. Hießen die nicht irgendwie? Das ist aber hier nicht, das ist aber nicht Fun Factory, da hießen die irgendwie. Nein, aber sie sind die Kampfhie später. Ich habe es euch schon gesagt eigentlich. Tag team, back again. Ja, tag team. Let's begin. Party on, party people in. Here's the noise. The sees our house can jump the joys. So? Wenn ihr in eurer Stadt eine Karaoke partiert und Band in der Nähe ist, er kommt vorbei. Voll. Ja, 90er, 90er Jahre Karaoke. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Ja, ja. Dann haben wir auch noch Inform. Ja, Snow. Ja, passend zur Jahreszeit. Eben bei dem war das Ganze, ja, Snow. War nicht deswegen auch im Gefängnis? Ja, ja. Henning hat Gossip von 1993 im Kopf, Digga. Das gibt es doch nicht. War eigentlich DJ Bobo da schon ein Ding? DJ Bobo? Nein. Ich glaube, der kam... Kurze Zwischenfrage. 94. Wer hat in dem Jahr die Fußball- äh, ähm, Deutsche Bundesliga gewonnen? 93? Mhm. Äh, das müsste Werder Bremen gewesen sein. Hast du schon nachgegoogelt? Stimmt wohl. Nee, ich factchecke das schnell. Ach so. Mach das mal für die 92-3, das müsste Werder Bremen gewesen sein. Aber war das 92 eine EM? Ja. Da hat doch... Dänemark. Genau, Dänemark war es. Ich hätte jetzt Holland gesagt. Shit. Nee, nee. War das dann nicht auch 4-2? Werder Bremen, ja. War da nicht auch das Endergebnis 4-2 beim Finale? Nee, das war 2-1 für Dänemark. Glaube 2-0. Dennis Steinemite. Das waren die... Die waren gar nicht qualifiziert. Ihr könnt ja aber sagen, mit wem der Lothar Matthäus in 1993 zusammen war. Wie hieß sie? Lolita? Nee. Wie hieß sie? Nee, die kam später. Die kam sehr viel später. Die kam noch später als DJ Bobo. Okay, Bernd. Aber einen, der größte Hit damals 1993, den kriege ich, wie schon bei der letzten Ausgabe, als ich versucht habe, diese Frau zu interpretieren. Naja, aber getroffen. Er hat getroffen kommen. Genau, aber Always Love Your Bodyguard war damals der große weltweite Hit von Whitney Houston. Bodyguard, ey. Aber der, war der auch in dem Jahr im Kino oder 92 im Kino? Der war zwischen 92 und 93, glaube ich, im Jahreswechsel war der. Der Soundtrack hat sich nur super lang gehalten. Der war, der war, glaube ich, fast ein Jahr lang gegen den Charts. Das Ding war ja so ein richtiger Dauerbrenner damals. Das war schon krass. Dann, Henning, du hast letztes Mal gesagt, auch Filme kannst du dir, kannst du im Jahr zuordnen? 93. Was denkst du? Jurassic Park. Das erste, was wir, genau, Jurassic Park. Der wichtigste. Falling Down. Falling Down. Der größte Film des Jahres ist ein anderer. Der hat heute in 30 Jahren Spielern ein Remake bekommen. Quasi. Super Mario Brothers. Ah, sehr gut. Bob Hopkins. Ist das die denn nicht? Aha. Ja, okay. Und Roxette. Roxette, die den Soundtrack gemacht haben. Tauschen die doch auch im Film auf, oder? Mit den richtig geilen Yoshis. Die Goombas. Goombas, die mit den Schrumpfköpfen, ne? Da konnte ich noch drüber lachen. Über Schrumpfköpfe? Über die. Über diese Schrumpfköpfe. Aber was hatten wir 93 noch? Aladdin, oder? Ist der nicht auch von 93? Der müsste auch von 93 sein. Der Disney-Zeit. Ist der Aladdin? Gute Frage. Da bin ich nicht. Oh, mein erster Kinofilm im Westen. Und die Firma, weil der fällt mir gerade ein, weil den habe ich vor zwei Wochen geguckt, weil der hatte jetzt auch eine 4K-Premiere. Der ist auf jeden Fall auch von 93. Ich hätte noch drei, vier, wenn ihr wollt, die cool sind. Also die erwähnenswert sind. Na los, hau raus. Ich grüße das Murmeltier. Oh. Oh, ja. Last Action Hero? Oh, ja. Ja. Turtles 3? Wollte ich gerade sagen. Schindlers Liste ist doch auch von 93, oder? Nee. Nee. Doch. Doch. Nein, Schindlers Liste müsste 94 sein, weil 93 ist Spielberg mit Jurassic Park gekommen. Ich glaube, Schindlers Liste ist nicht im gleichen Jahr gekommen. Ich glaube, das war das Faszinierende, dass der im gleichen Jahr kam. Zwei Spielberg-Filme in einem Jahr. Hat er nicht Jurassic Park irgendwie damals schon über Videotelefonen oder so fertig geschnitten? Irgendwie war das, genau das war das. Ja, bei der, bei Schindlers Liste, ich glaube, der, ich habe gerade nochmal geguckt, der ist im Dezember 93 in den USA an den Start gegangen und der ist erst in Deutschland, ist der erste März 94. Also der kam sehr viel später. Also die war sehr versetzt. Ich hätte hier sonst noch Nightmare Before Christmas. Ja. Echt, der kam so früh raus. Krass. Demolition Man? Auf der Flucht? Demolition Man, ja, auf der Flucht auf jeden Fall. Ist Demolition Man der mit Wesley, äh, mit, ähm, nicht Wesley Snipes. Doch, mit Wesley Snipes. Doch, doch, ja. Und, 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 und Sly. Sly, ja. Aber halt auch die Adams Family kam daraus. Der erste Adams Family kam daraus? In verrückter Tradition, ich weiß nicht, wie das ist. Der zweite. Der zweite, der zweite. Ah, der zweite, okay. Zu dem übrigens Tag Team auch einen Song gemacht hat, und zwar Wump. Adams Family, Ladies. So haben wir damals noch Hits gemacht. Wichtig war aber auch damals 93, Menace to Society. Einer der ersten Filme, die sich konkret mit schwarzer Gangthematik ausgesagt hat. Ist das hier Singleton? Ist der das? Ja, genau, der ist das, ja. Jere Kost war ja auch noch Philadelphia. Ja. Der kam auch 93, ja. In the Line of Fire von Wolfgang Petersen mit Clint Eastwood war auch da. Und John Wohr hat sein Hollywood-Debüt gegeben, mit Harte Ziele und Jean-Claude Van Damme. Mit das Doubtfire. Auch noch. Oh, okay. So, ich hätte noch ein paar TV-Serien. Da bin ich mir teilweise nicht sicher, ob die wirklich von 93 sind, weil man dann manchmal das gar nicht dem zuordnen kann. Aber Akte X. Oh. Ja. Seinfeld. Ja. Dann The Fresh Prince of Bel-Air. Oh. Oh, dann muss auch Power Rangers gleich hier sein, oder? Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Star Trek Deep Space Nine scheint da an den Start gegangen zu sein. Ich hätte sonst noch Babies und Butthead. Walker Texas Ranger. Ja. Oh, ja. Die Nanny. Und jetzt, ganz wichtig für uns, Superman. Die Abenteuer von Lois und Clark. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Das ist alles so früh irgendwie. Okay. WWE Raw ging an den Start. Ja. Colin O'Brien ging an den Start. Also war die Late-Night-Show die erste, die am Anfang war. Ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade, ich finde das mega abgefahren. Wenn du dir mal die Filme durchguckst, ne? Ich meine, das liegt vielleicht auch an unserem Alter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich mir da angucke, was da drin alles an den Start gegangen ist, das ist ja brutal. Also das ist ja wirklich, ne? Also wenn ich, wir haben ja auch vorhin vieles gar nicht gesagt. Also ich meine, die Akte ist dann noch gekommen. Perfect World, Kevin Costner, ne? Wie geht der Sonne? Tombstone. Das ist ja, ne? Robin Hood, der Held in Stromfuß übrigens auch. Das finde ich auch geil. Sehr gut. Hotshots, der zweite Teil. Wayne's World 2. Ja, hab ich auch im Kino. Cool Runnings, das ist ja auch so, ne? Also da sind schon echt super viele Sachen. Die Akte hier mit Denzel. Kalitos Way ist da auch gekommen mit Al Pacino. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja so krass, wie viele Sachen da gekommen sind in dem Jahr. Hotshots 2 ist der Film, da war ich ja noch in der Grundschule. Und da hat uns unsere Grundschullehrerin mit ins Kino genommen. Und dann haben wir Hotshots 2 geguckt. Und ich erinnere mich bis heute, dass ich damals im Kino als Kind da gesessen hab, hab mich zum Teil bepisst vor Lachen. Und hab zwischendrin, manchmal auch, weil ich's gar nicht wusste, aber alle anderen haben halt gelacht. Und zwischendrin ich mich gefragt hab, ob das angemessen ist, uns als Kindern diesen Film mitzunehmen. Das weiß ich noch. Schön. Und der kam 93 raus? Ja. Nicht 94? Ja, kommt ja vorhin, wahrscheinlich das ist die US-Staat. Geht man davon aus, ne? Und die Filme sind auch länger gelaufen damals, oder? Ja, ja. Das war ja krass. Ja, total. Aber leider halt auch so Perlen. Also ich mein, hier sind auch noch so Sachen wie das Piano, ist da auch gekommen, Gilbert Grape und so Sachen. Also das ist schon wirklich krass, was da in dem Jahr alles gekommen ist. Und dann aber umgekehrt, dass ich dann das Studio quasi dazu entscheide, zu sagen, ach, weißt du was? Letztes Jahr waren ja wahrscheinlich auch so ein Haufen Hammerfilme. Dieses Jahr kommen Haufen Hammerfilme. Hauen wir doch einen Batman-Trickfilm irgendwie gleich. Der für Direct 2 geplant war, den haben wir jetzt einfach auf die große Leinwand. Der Buni hat dazu. Danke dafür. Da kann man vielleicht auch noch ganz kurz sagen, dass ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt 93, ich glaube es war im, dass da die Animated Series in Deutschland erst anlief, auf ProSieben. Ja. Bei denen übrigens auch Parker Lewis 93 lieb. Der coole von der Schulschule. Ja. Ohrenvergleich. Ohrenvergleich. Ohrenvergleich wollte ich eine sehr lange Zeit einführen in verschiedenen Freundeskreisen. Das hat nie geklappt. Sane. Vielleicht wissen wir auch. Wir sind wirklich einfach an falschen Ecken aufgewachsen. Das stimmt. Genau, also während bei uns die Animated Series erst anlief, war es in den USA, sodass man da eben schon über das erste, ursprünglich geplant als Direct 2 Video, so ein Spin-Off von Batman nachgedacht hat. Der sollte dann aber im Kino laufen, und zwar, wie schon gesagt, an Weihnachten, am 25. Dezember, war für die Macher die Möglichkeit, die Serie fortzusetzen, eben als, wie gesagt, ursprünglich geplant als Direct 2 Video. Dahinter standen natürlich wieder die Verantwortlichen, die auch schon die Animated Series erfolgreich an den Start gebracht haben. Ich glaube, die haben sich auch da ja eine gewisse Gravita ja auch erarbeitet, dann jetzt auch sowas umsetzen zu dürfen und zu machen. Und zur Entstehung kann man eigentlich sagen, dass am Anfang ja erst mal die Geschichte stehen musste, die man erzählen wollte. Und ein paar dieser Geschichten, die man ganz am Anfang für sich so ersponnen hatte, die wurden dann auch später folgen für die nachfolgende Staffel der Animated Series, weil der Film oder das Direct 2 Video sollte nach der ersten Staffel erscheinen, also nach den ersten 65 Episoden. Also danach platziert sich Batman und das Phantom. Aber ursprünglich sollte die Folge Trial im Deutschen... Der Prozess. Genau, der Prozess. Die Story war ursprünglich als Direct 2 Video Film geplant, war dann letztendlich eine Folge der Animated Series. Und die andere Story war Two-Timer, eine Geschichte rund um Harvey Dent, die dann letztendlich in den Batman & Robin Adventures erschienen ist. Der Comicreihe basierend auf der Animated Series ist auch in Deutschland im Dino-Verlag erschienen, in den Batman Adventures in Ausgabe 20 und 21 unter dem Titel Ehebruch. Genau, also das wären dann wohlmöglich die Storys gewesen, die man in Filmform hätte erzählen können. Wir sprechen ja hier jetzt von einem Film, der 76 Minuten geht. Ja, kann man sich ja mal, wenn man sich diese Folgen anschaut, vorstellen, okay, wie hätten die denn gewirkt als Film. Was sich die Macher aber dann überlegt haben war, was ihnen noch so gefehlt hat, ist eine Liebesgeschichte. Eine, die sich so um Bruce Wayne herum aufbaut. Das hat ihnen noch gefehlt. Man wollte auch keinen bekannten Gegner mit in dem Film drin haben, sondern man wollte ein neues mit reinbringen. Aber es gab da noch den Wunsch von Warner, man kennt es ja, dass man sagt, hey, wir empfehlen euch, baut da doch noch den Joker mit ein. Das sagen wir mal, genau. Irgendwie hatte man so in Interviews, die ich so im Nachgang gelesen habe, so den Eindruck, man war so ein bisschen angenervt davon, dass man so an dem Tim Burton-Film immer irgendwie mit dran hing. Also man musste sich ja auch im Laufe der weiteren Animated-Series-Folgen immer mehr so, gerade wenn so Batmans Rückkehr da jetzt gerade so aktuell war, dass man gesagt hat, klingt euch da mal ein bisschen stärker an. Visuell, inhaltlich. Ich glaube, der Joker heißt hier ja auch Jack Napier, was ja erst in Tim Burton's Batman etabliert wurde. Aber trotzdem hat ja die Animated-Series, muss man ja sagen, eigentlich sonst nichts, bis auf ein paar stilistische Gemeinsamkeiten, ja keinen konkreten Zusammenhang. Also die stehen ja völlig unabhängig voneinander. Es gibt bis auf Danny Elfman, der das Hauptthema gemacht hat, ja jetzt auch keine größeren Verbindungen. Naja, es war halt so, dass der Joker, Catwoman und Pinguin komplett so übernommen wurden, auch stilistisch. Das war damals eben von Fox damals noch die Vorgabe, das stilistisch so zu übernehmen, wie es aus den Burton-Filmen war, tatsächlich. Deswegen ist Catwoman ja zum Beispiel auch blond. Und auch in diesen Writer's Guides quasi, da haben die im Grunde die gleiche Origin, oder wird gar nicht weiter großartig drauf eingegangen. Es ist sehr ähnlich den Hauptfilmen quasi. Also wir wollen das schon, dass es erkennbar ist, gewissermaßen. Und deswegen sind das eigentlich auch die einzigen drei Gegnerfiguren in der Serie, die nie eine richtige Origin bekommen haben in der Serie. Also wir haben ja der Clayface, Mr. Freeze, alle möglichen. Aber die drei haben eben nie eine richtige Origin bekommen. Okay. Eben aus dem Grund, weil man sich eben mit rangehängt hat. Und ich meine Eric Radomsky zum Beispiel, also einer der Produzenten, und auch Bruce Timm haben ja tatsächlich auch versucht, sich an Tim Burton auch mit ranzuhängen, weil also für Eric Radomsky war ja Batman 89 so ein kleines Erweckungserlebnis, im Sinne von, dass der gesagt hat, okay, also wenn ich mal Batman irgendwie unter meine Finger kriege, dann will ich das so machen. Der ist ja auch, glaube ich, sehr stark für den visuellen Part der Serie verantwortlich. So auf dieses Schwarzmalen, also die Hintergründe und so weiter, das Art-Deko-Style. Das war ja alles so das, worauf er auch gebaut hat. Genau. Und ich meine, er und Bruce Timm, die sind ja nur als Perfektionisten quasi bekannt. Die waren überhaupt nicht begeistert, dass das ein Kinofilm plötzlich werden sollte, weil die hatten das als Direct-Two damals geplant. Und dann hieß es eben, ja, aber nee, Leute, bring das doch mal ins Kino, das ist ein Riesending. Und dann sagte der Redumsgeber mal in einem Interview, ja, aber normalerweise hast du für so einen Film zwei Jahre Produktionszeit und jetzt hatten wir plötzlich weniger als ein Jahr. Also die hätten sowohl storytechnisch, also Alan Burnett, der quasi für den Anfang der Story zuständig war, die hätten auch gerne storytechnisch noch mal ein paar Sachen ausgebaut. Und er ebenso vom Design her hätte gerne mal noch ein paar andere Sachen länger überdenken wollen. Also mit der Kamera mehr zu spielen, die Hintergründe detaillierter zu gestalten. Er wollte zum Beispiel, dass das Phantom viel mysteriöser ist, dass es viel mehr aus den Schatten agiert, dass man gar nicht so viel von dem sieht. Und das war dann eben alles nicht möglich. Und auch der, ich weiß von Bruce Timm eben, dass er da bis zum Ende eben irgendwelche Leute angeherrscht hat, dass sie die Animation ordentlich hinkriegen sollen. Ja. Du hast es schon gesagt, eigentlich hat man viel mehr Zeit. Ich glaube, ab dem Moment, wenn man ein Drehbuch geschrieben hat, zwei Jahre Produktionszeit, wären für einen Kinofilm so das Übliche. Sie mussten es reduzieren auf acht Monate. Also das war dann auf einmal das Zeitfenster, was sie hatten. Und natürlich ist so ein gesetzter Kinostart dann auch ein besonderer Druck, der da ausgeübt wird. Ursprünglich oder beziehungsweise, was man versucht hat, aus dem Weg zu gehen, war Harley Quinn noch mit einzubauen. Man wollte, nachdem man den Joker jetzt schon in die Story mit eingewebt hat, dann nicht auch noch sie mit reinbringen, was man ja auch dann letztendlich nicht gemacht hat. Man hatte, und das ist jetzt die Frage, vielleicht hast du da andere Quellen, Marianne oder ihr, zwei Millionen Dollar als Budget. Ich habe auch von sechs Millionen Dollar gelesen, aber zwei Millionen war so das Letzte, was ich da recherchieren konnte. Und der ursprüngliche Titel wäre gewesen Batman Masks. Also Batman Masken. Oder beziehungsweise Batman Masken. Hat es aber dann, ja, ein bisschen ausgeschmückt. Ja. So generell der Titel des Films, wie findet ihr den? Also einerseits das Englische, wie auch das deutsche Pendant. Wie kommt der für euch rüber? Ist es, klingt's kindgerecht? Klingt's groß? Klingt's klein? Wie findet ihr Batman und das Phantom oder Batman Masks of the Phantasm? Es ist für mich zu vertraut, um mir darüber jetzt Gedanken machen zu können. Also das ist halt einfach schon seit ich denken kann da. Also seit mindestens, dass ich 20 bin. Und deswegen, also das ist halt zu präsent bei mir. Das ist wie wenn du sagen würdest, wahrscheinlich bin ich über, keine Ahnung, Batman Sub-Zero oder wie das heißt. Da wäre es auch so, wo ich sagen würde, das gibt's einfach zu lang. Wisst ihr, was ich meine? Mir geht's genau so. Du hast das jetzt formuliert, wie es mir damit geht quasi. Weil ich hab vor allem immer den englischen Titel. Ich hab immer Probleme damit, dass mir einfällt, wie der deutsche Titel heißt. Batman und das Phantom quasi. Ich hab immer dieses Mask of the Phantasm, weshalb ich eben auch glaube, ich hab oft dieses Poster eben gesehen in irgendwelchen Dingern. Genau. Und ja, irgendwie für mich klingt das als der große Batman-Animated-Film. Also deswegen, ja, wie bei Rico. Ja, dann lasst uns mal über die Köpfe hinter dem Film sprechen. Marian, du hast den Namen Eric Radomsky ja schon genannt. Was kannst du uns zu dem sagen? Ja, Eric Radomsky ist eigentlich wie die meisten, die da vor allem auch so im Hintergrund quasi gearbeitet haben, sind es Leute, die schon länger in der Industrie quasi waren, also in diesem Animationsgeschäft gewissermaßen. Das wären jetzt alles Trickfilm-Sachen, die wir auch alle kennen. Also die wir schon irgendwo gesehen haben. Eigentlich bis auf Kevin Conroy waren eigentlich die alle schon irgendwie dort verortet gewissermaßen. Und meistens sind es dann irgendwelche Storyboard-Zeichner, die sich dann auch noch in die Animation quasi verirrt haben. Ja, aber tatsächlich ist Eric Radomsky eben auch einer von diesen. Ja, er war mit einer der Gründerväter der Animated Series, also wie wir schon gesagt haben, für den Stil war er maßgeblich, den da durchzusetzen. Er hat dann später die Spawn Animated Series produziert, sechs Folgen Dazon. Ist das die von HBO? Ja. Ja, die kenne ich sogar. Freakazoid, 13 Folgen. Und das ist, glaube ich, eines der letzten größeren Sachen aus der Neuzeit sind dann die Guardians of the Galaxy Animated Series, die es gab. Da war er auch Produzent. Und jetzt hat er eben für Batman und das Phantom die Regie übernommen. Die Story, ja, auch das sind Namen, die man, wenn man aus dem Animated Kosmos kommt oder aus dem Batman Animated Kosmos kommt, schon gehört haben sollte. Die Story selbst ist von Alan Burnett. Das Drehbuch ausformuliert und bereichert und zu dem gemacht, was es dann am Schluss ist, sind dann eben auch noch Paul Dini, der mit an Bord war, Martin Pascoe, Michael Reeves, die dann die Story so ausgearbeitet haben, dass sie dann eben auch filmfähig war. Alan Burnett ist ja quasi so der Vater des Writing Rooms gewesen, gewissermaßen. Den hat man ja später mit dazu geholt, damit der dort mehr Qualität reinbringt, gewissermaßen, weil Bruce Timm immer die Writer nicht gefallen haben. Und der Alan Burnett wollte immer eine Liebesgeschichte schreiben mit Batman und das war sie dann. Und er hat irgendwie so ein 20-Seiten-Konzept geschrieben, sagt er, da ist am Ende nur noch ein Satz übrig geblieben, gewissermaßen, und hat dann eben diese anderen Writer mit dazu geholt, damit die sich da so ein Stück weiter mit ransetzen. Ich redere mich echt nicht mit Ice und Animated Series, aber da hat er doch trotzdem, also das, was Batman da hat, ist Catwoman die ganze Zeit, oder? Ja, aber es ist ja keine richtige Liebesgeschichte. Ja, ja, klar, aber es ist ja viel, es ist ja so ein bisschen so angetastet halt so, ne? Deswegen, also, ja. Aber das Einzige, also das ist sein Love Interest in der Serie, ist dann schon eher Catwoman, oder? Das habe ich mich im Nachgang auch gefragt, weil es auch eine elementare Frage ist, die dann Kevin Conroy später auch gestellt hat und der gesagt hat, Batman kann sich nicht verlieben, das ist zum Scheitern verurteilt. Also nehme ich mal an, dass das kein größeres Thema war. Es gab die Talia-Algul-Geschichte ja auch noch, und ich glaube auch mit dem tatsächlich animierten Kuss in der Wüste. Das hat man da auch. Aber was dieser Film tatsächlich hat, ist die erste sexuelle Anspielung, also dass Bruce Wayne mit einer Person Sex hat. Ich glaube, das ist hier das erste Mal der Fall. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in den Film ein. Szene für Szene eventuell oder für Abschnitt für Abschnitt, Kapitel für Kapitel. Und wir hatten schon nach dem Warner Bros. Logo diese Eröffnungssequenz untermalt von Shirley Walker. Shirley Walker, die ja auch das Thema für die Animated Series gemacht hat, also nicht das, was Danny Elfman vor der Serie platziert hat, sondern das Thema, was sich mit der Serie entwickelt hat, dieses eigene. Das ist ja eine Weiterentwicklung des Themas, das sie schon in der Serie hatte und was viele vielleicht gar nicht wissen und man sich ja auch denken könnte, hm, jetzt macht er die Shirley Walker so ihr eigenes Ding draus. Shirley Walker war damals schon mit in der Crew von Danny Elfman, als es um Batman 89 ging. Also auch sie hatte ja da schon ihre Dirigentenfinger im Spiel, als es da eben um diese Themes aus Batman 89 ging. Also die ist ja tatsächlich, kommt direkt aus diesem Kosmos und setzt das hier fort. Jetzt, wenn ihr diese zwei Themes mal so gegenüberlegen würdet, welches ist für euch so das Einpräksamere, das Bessere, das eure Theme? Also ist es das Theme von Danny Elfman oder ist es das, was wir hier hören oder auch in der Animated Series dann durchgängig gehört haben? Schwierig. Ich weiß, welches ich öfter gehört habe. Das war nicht das von Elfman. Also ich glaube schon, dass wenn man halt die Serie geguckt hat, hast 60 Folgen gehört, hast allein du mal 60 Mal das Theme gehört. Klar, wenn ich jetzt mal so. Aber ich muss schon sagen, es sind beide schon, es ist beide schon sehr viel Batman für mich. Aus den richtigen Gründen. Ja, es ist beides schon sehr ikonisch. Ich sage einfach mal, um Bernd zu provozieren, für mich ist die Animated Series das richtige Thema, das Batman-Thema, das mich für einen Batman-Fan gemacht hat. Dem lese ich mich einfach mal so an. Also was ich ja großartig finde, jetzt auch hier bei Batman und das Phantom, dem Opening, bei dieser Sequenz, bei diesem Theme, ist einfach diese Überinszenierung, diese ganz große Inszenierung dann eben auch noch mit dem Chor, den man, viele werden es wissen, dass sie da rückwärts die Namen der Macher, der Beteiligten singen. Und dass man hier auch dann so hier und da die Instrumente hört, die auch Danny Elfman benutzt hätte für seinen Score wiederum. Das vereint praktisch so das Beste vom Besten. Und ich finde auch, dass dieses Intro, was ja in 3D gerendert ist, sehr vereinfacht, diesem kubistischen Art-Deko-Style, ja auch sehr, ich sage mal, zudienlich. Also man merkt schon, dass es computeranimiert ist und dass es noch sehr frühe Animation ist. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Sowas altert natürlich entsprechend. Aber ich fand es immer sehr stimmungsvoll, durch diese Stadt durchzugehen. Und dadurch, dass es halt eh diesen einfachen Stil hatte, wie die Serie ja eben auch benutzt hat, jetzt nicht sonderlich verkehrt. Ja, ich meine, das ist ja für einen Animationsfilm, ist das Intro, es ist brutal episch. Das muss man schon sagen. Und da trägt natürlich die Musik, das ist ja mehr als die halbe Miete. Plus aber auch die Optik. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich habe den Film jetzt irgendwie heute erst geguckt, das Intro ist Wahnsinn. Ich finde das mega. Ja, absolut. Ich kriege da auch voll Gänsehaut. Total. Ich sage auch, für mich ist das auch nicht gealtert irgendwie. Das ist für mich einfach, klar sieht man das an den Animationen, aber das ist ja auch der Einstieg in die Stadt, dieses Bild. Das sind einfach, das ist optisch, das ist einfach immer noch, das ist wahnsinnig gut gemacht einfach. Und das sieht auch immer noch wahnsinnig gut aus halt. Das Art Design ist halt sehr zeitlos, aber das hat ja generell die Animated Series. Das ist ja wirklich so dieses, fast schon so, wie heißt der Film, aus Gerds Geburtsjahr, Metropolis? Metropolis. Ja, genau, ja, genau. Der war Gerd in der Grundschule, glaube ich schon. Das ist auch. Ja, genau. Und das ist ja dieses ganze, keine Ahnung, New York, Weltausstellung, Metropolis, das ist, weißt du, auch diese Gebäude, wie die aussehen, dieses, wie ich gerade gelernt habe, Kubistische. Ich muss erst überlegen, was das bedeutet, aber ich habe es gelernt. Ich weiß nicht, ob es Kubismus ist. Ich bin irgendwie so bei, das ist halt Art Deco, ne? Das ist neoklassizistisch quasi. Und das hat mich schon recht gut gemacht, deshalb hat es auch so ein zeitloses Gotham City. Absolut. Ich finde, das klappt auch für, man hat ja das, wenn man dann spät zur Superman-Serie geht, für Metropolis hat es auch, funktioniert aber nicht so gut wie für Gotham City, finde ich, das Ganze, wie das alles designt war, finde ich. Superman Animated Series, meinst du jetzt, ja? Ja, absolut. Und weil Bernd gerade sagte, das alles so über, also du hast gerade das überinszeniert, habt ihr auch, und ich finde, das ist tatsächlich in dieser 4K-Fassung, also in dieser neu gemasterten Fassung, wenn das fertig ist und dieses Stadtbild kommt, das sieht aus wie eine Theaterkulisse, oder? Findet ihr nicht auch? Also das hat tatsächlich auch durch diese, das hat ja so eine gewisse Dreidimensionalität, das sieht so ein bisschen aus, als wenn so das Theater, als wenn der Vorhang aufgeht und du da so reingehst, also das hat so was von, im positivsten Sinne ist das eine theatralische Inszenierung, und das ist total positiv gemeint, weil so dieses, der Vorhang geht so auf, du gehst in diese Stadt rein und es fährt auch so ein bisschen zur Seite, weil die Kamera fährt rein und dadurch, dass es so silhouettenmäßig aussieht, wie die Silhouetten so zur Seite geschoben werden und dann bist du halt mitten in der Szenerie, ne, und auch das ist einfach gut gemacht, vor allem, wenn man auch direkt wieder merkt, es ist einfach auch sehr filmisch inszeniert, also du merkst, hier versuchen Leute mit den Mitteln vom Zeichentrick tatsächlich aber einen Film zu inszenieren, weißt du, auch dieses, wir haben das schon aufgehabt, Bernd, du hast es immer wieder gern betont, so was du bei Nolan schätzt, dieses, ne, er gibt dir mal kurz einen Einblick, wo bin ich gerade, wo bin ich gerade verortet, auch mit einem langsamen Shot über eine Stadt, über ein Gebäude, dass ich mich als Zuschauer verorten kann, das ist ja hier auch ganz klassisch und das haben wir im Film wiederholte Male, dieses Spielmittel, wo du merkst, okay, das ist einfach ein Film, ne, ja auch, auch glaube ich, ganz bewusst, weil das habe ich bei der Anime Series, ist das auch hier und da mal so, aber nicht, glaube ich, in dieser ausschweifenden Art, weil du das auch natürlich mit der Folgenlänge so nicht immer machen kannst, ne, also, genau. Wobei ich sagen muss, die Ambition der Macher auch schon in der Serie, ich glaube, das war auch schon immer eine Qualität der Serie, dass man diese Ambition gespürt hat, das eigentlich machen zu wollen, in dieser größten Geschichten erzählen zu können. Genau, aber da, glaube ich, mit dem Format oder das Korsett, ne, was du durch das Format dieser Länge, wenn es halt nur x Minuten dauern darf, ich meine, da musst du, glaube ich, Abstriche machen, was sie ja immer wieder machen mussten auch zum Teil, ne, und hier merkst du so richtig, hier kann man jetzt ausfahren, ne, so und, ja, und dann sind wir mittendrin. Da sind wir mittendrin und da beginnt dann eigentlich auch schon die Story und wir kommen auch schon sehr schnell zum Hauptprotagonisten des Films oder dem Antagonisten. Ja, darf ich, darf ich nicht kurz, darf ich kurz, ich muss das kurz erwähnen, weil das einfach so, das ist so das, was wir an der Anime-Series auch so abgefeiert haben, es sind so diese Kleinigkeiten, das fällt dir beim ersten Gucken vielleicht nicht mal so auf, weil dieses, du, wir fahren mit der Kamera auf dieses Dach, ne, wo es diese Besprechung läuft, was du dir erzählst und du hast oben aber schon mal einen Schatten und du siehst Batman in die Silhouette schon so von oben reingucken, das sind so diese Kleinigkeiten, die hast du in diesem Film immer wieder, die das so auch, ne, wo so viel Liebe zum Detail da ist, also das ist das, was ich an den Machern ja auch so schätze, warum diese Anime-Series auch so extrem gut gealtert ist, das sind so diese ganz vielen Details, ne, in der Inszenierung. Lass mich dazu gerne noch zwei Sachen sagen, erst eine, ich spring kurz zurück, aber ich komme wieder zurück davon und zwar, was die Stadt auch betrifft, ist ja so dieses, dieses auf schwarzer Papier malen, für die, die damals unseren Anime-Heldcast nicht gehört haben, warum der das überhaupt gemacht hat, der Radomsky, ist ja so dieses, ich lass Schatten, also ich lass Platz quasi zwischen den Gebäuden, damit man nicht genau weiß, was da ist, damit man sich so ein Stück weit unwohl fühlt. Das ist für Batman cool, weil der kann aus dem Schatten kommen, aber es ist eben auch für alle anderen, die da leben, nicht so toll. Und jetzt wird es hier quasi so theatralisch, wie es Henning vorhin erzählt hat, aufgemacht und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber nach all den Filmen, die wir jetzt in, in, in der kürzeren Vergangenheit quasi angeguckt haben, geht hier diese, geht hier diese Szene auf und ich denke, ach nicht schon wieder die Mafia. Ich hab gedacht, ach nein, jetzt kommt wieder Mafia, ich hatte das so verdrängt einfach und hab gesagt, ich will nicht schon wieder über die Mafia und das, die irgendwas mit Geld machen und so. Ja, und so ist es und so beginnt die Story eben auch, so eine Geldfälscher-Operation, die Batman aufdenkt und auffliegen lässt und hier versucht dann auch der Gangster Chucky Zoll Batman zu entkommen, flieht in ein, ja, Parkhaus und versucht dann seinem Auto zu fliehen und plötzlich wird er von einer schattenhaften Gestalt in einem Umhang konfrontiert. Man könnte, und so tut er es ja auch, die dann eben für Batman halten, aber es handelt sich um eine, ja, andere Figur, um eine völlig neue Figur, eine Figur mit einer tiefen, hallenden Stimme, einer geisterhaften Maske und einer bösartigen Klinge am Ende eines Arms. Ja, das ist das Phantom, wie wir dann später es nennen werden, wobei ich mich frage, wird es überhaupt Phantom genannt im Film? Nein. Nein. Ja. So, was heißt das zum Design vom Phantom, der gesamte Auftritt? Das ist inspiriert hier von dem, ähm, McFarlane-Comic, ne? Year Two, das ist doch von McFarlane, da taucht so eine Figur auf, der Reaper oder so. Ja, der Reaper. Der Reaper heißt der, der sieht doch so ein bisschen ähnlich aus, oder? Also von dem soll es, äh, sein, genau. Ja, genau, ganz inspiriert davon. genau, zumindest auf jeden Fall das mit der Klinge, ne, aber auf jeden Fall, der sieht auch insgesamt so, der hat auf jeden Fall frappierende Ähnlichkeit damit. ich finde die Stimme cool, die ist gut inszeniert, auch im Deutschen, die mir präsenter ist als das Original, muss ich sagen, ich habe die deutsche Fassung, glaube ich, öfters gehört als das Original. Und im Original, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei uns war, aber im Original gesprochen von, ich springe kurz nach vorne, von Mr. Beaumont, also der, dem, dem Sprecher von, von Herrn Beaumont, um quasi den roten Hering, äh, hier, ähm, vollumfänglich, ähm, zu platzieren quasi. Also die Stimme vom Vater, oder was? Ja. Ah, in der englischen Version. Aber generell Filme, in der englischen auf jeden Fall, ja. Batman-Filme, die mit dem Parkhaus anfangen, immer gut. Immer gut. Kann man nichts falsch machen. Exakt. Auch das erste Mal, also erst mal das Design ist cool, aber auch da ist es wieder, diese Maske, er hat sich durch dieses Poster, das ich halt schon immer echt geil fand, so eingebrannt in mich, dass ich jetzt nicht sagen kann, ob ich es gut oder schlecht finde. Also ich kann es nicht objektiv betrachten, aber ich finde es tatsächlich ganz cool. Ja. Und das erste Mal, dass wir Blut sehen, oder? Das hat mich gewundert. Ja. Als ihm hier ins Gesicht geschlagen wird, so in der Animated Series, gab es kein Blut, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, dürfen sie nicht, dürfen sie nicht, und hier dürfen sie jetzt alles machen. Was heißt alles? Was heißt alles? Also sie haben ein bisschen mehr. Ja, aber es fällt auf jeden Fall auf. Mir ist beim ersten Mal, die ist beim Gucken auch direkt ins Auge gefallen, dass er da auf jeden Fall Blut am Kinn hat, wo er die Schnittwunde hat. So oft wie er auch geraucht wird, weiß man jetzt, warum der Joker so gelbe Zähne hat. Das sind ja Rätsel, die sich aus der Animated Series ergeben, wo man sich ja immer gefragt hat, warum das so ist. Ja, also generell, es gibt doch diese eine Zeichnung, in der die ganzen Auflagen, die sie erfüllen mussten, also was sie nicht machen durften, die Themen, die sie nicht aufrollen durften, Religion, Rauchen, Alkohol, Schusswaffen, Kindesgefährdung, all die Sachen. Würgen. Würgen. Ja, es ist so. Ich glaube, davon waren sie jetzt hier befreit, also was das anging. Und ja, ist im Deutschen auch eine FSK 12 geworden? Ja, ich glaube schon, ja. Bleibt mir auf jeden Fall länger, um zum Tatort zu kommen, in der Szene als das Phantom und als der dickliche Mafia-Typ. Das stimmt. Da muss man tatsächlich zugeben, das passt zum Zeitrapplauf nicht so richtig gut, weil Batman noch sieht, wie die Tür zufällt. Also der braucht sehr lange, bis er in der Szenerie auftaucht. Aber er muss doch noch auf den Tisch drauf treten. Ey, aber das ist mega geil. Oder jetzt mal ohne Mist. Das ist so, das ist so dieses, das ist das, was die Macher einfach extrem gut einfangen. Das ist so, das ist so schon fast, das ist fast schon witzig. Also, ne, so wie Batman, du siehst, so läuft auf die Pistole zu und jetzt hättest du so die klassische Bewegung erwartet, das mit dem Fuß, ne, die Waffe zur Seite schiebt. Das hättest du so erwartet, weil das so diese Klischee-Geschichte wäre. Aber ne, er tritt nochmal auf den Tisch drauf, um den Typen, der darunter liegt, einfach mal K.O. zu schlagen. Das ist schon fast lustig, einfach mit welcher Lässigkeit er das macht. Übrigens, hat euch das an was erinnert? Was? Die Kiste? Ne, die Kameraperspektive in dem Augenblick. Dass man nur die Füße sieht? Ja, genau. Also das wäre vielleicht halt Batman? Ja, genau, sei ja, dieses Thema, ne? Das hat dann auch so, die ist okay, aber ja. Gut. Ich hab mehr. So, hier gibt es eine gute Reminiscenz an Fast and Furious 7 bekommen wir auch noch. Ja. Auch wenn es von einem Gebäude ins andere fliegt. Ja. Naja, wer kopiert hier von wem? Femzeichen. Und wenn ist das hier drinnen eine Reminiscenz an Knight Rider, also dann, ne, da hatten wir das auch schon von einem Gebäude ins andere und so. Ja, es gab aber auch einen Kinofilm damals für Tommy Lee Jones mit so einem Auto, wo das auch so ein Stunt, haben es sogar in echt gemacht oder haben es sogar Werbung gemacht, dass in den USA also zwischen zwei Parkhäusern mit diesem Auto, also von dem einen Parkhäusern auf das andere gesprungen sind. Wie hieß der nochmal? Der ist auch Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen mit Tommy Lee Jones in der Hauptrolle. Ein Mann springt durch die Wand. Google das mal. Ein Mann springt von Haus zu Hause in einem Auto. Also offensichtlich war das ein Ding, das damals zu präsentieren, dass Autos von einem Haus ins andere springen. Mach doch später auch hier Arkham Knight, da springst du doch mit deinem Bettmobil von Häuser zu Hause. Nicht alle. Ah, ich wollte es gerade sagen. Henning war schneller. Also was hier gerade eben beschrieben wurde, das war eben die Szenerie, dass ein verängstigter Saul versucht eben dieses Phantom mit seinem Auto umzufahren. Sein Ziel verschwindet allerdings in einer Rauchwolke und stattdessen durchbricht Saul die Wand des Parkhauses und kracht in ein angrenzendes Gebäude und er ist, ist er tot? Let's endlich. Muss, muss, muss. Wird auch beerdig. Wenn wir der Pressekonferenz glauben, darf, die gleich kommt, dann ja. Ja. Dabei wird das ganze Szenario auch von Passanten beobachtet, also Zeugen, die eben dann Batman am Tatort wahrnehmen und meinen, daraus schlussfolgern zu können, dass es Batman gewesen wäre, der hier jemanden in den Tod getrieben hat und wohl zu weit geht. Etwas, was Rico gerade eben schon angespielt hat, ja eh schon die ein oder andere Machtfigur in Gotham in die Karten spielt und zwar ein gewisser Arthur Reeves, das ist der Stadtrat. Kurze, kurze Zwischenfrage, ich weiß nicht, ob jetzt gesagt, ihr hängt manchmal bei mir, wissen wir, wann das zeitlich spielt zur Animated Series? Spielt es davor, danach? Ich weiß, dass es als Epilog mal geplant war, aber haben wir da irgendeine zeitliche Einordnung? Nein, also das ist absichtlich offengelassen worden, aber am Ende wird es immer so tatsächlich dort verortet zwischen diesen, nach dieser ersten Staffel quasi. Also es ist auch klar, dass es Robin schon gibt und dass es eben auch Harley Quinn auch schon gibt und die hat man aber eben aus bestimmten Gründen eben rauslassen wollen, beide. Ah, okay. Okay. Kurz hier nachgefragt, woher weiß man innerhalb des Films, dass es Harley Quinn und Robin gibt? Weiß man nicht. Das ist eine... Einfach nicht zum Thema gemacht. Nö, wird nicht zum Thema gemacht, genau. Das Ding ist ja, dass wir ja dann zu einer Szene kommen in dem Film, wo ich denke, naja, es müsste eigentlich erst weit nach der Serie quasi spielen, relativ zum Schluss. Oder, aber das haben sie ja dann offengelassen, gewissermaßen. Also ja, ich habe auch immer gedacht, es ist relativ am Schluss, aber auch irgendwie nicht. Es ist dort einzuordnen, wo es quasi stattfindet, also zwischen den ersten beiden Staffeln. Ich glaube, die wollten das ja auch gar nicht so, dass man es irgendwie verorten kann, weil das eigentlich irgendwie für sich alleine irgendwie trotz allem stehen sollte. Ich glaube, man hätte, wenn wir jetzt, also da der Film ja fürs Kino ausgewertet worden ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass man halt einfach darauf verzichtet hat, weil das würde ja dann ein gewisses Vorwissen also voraussetzen. Das wollte man halt einfach nicht, weil in der Serie gab es das ja alles schon, dass der normale Kinogang, der kein Fernsehen guckt, man sollte den Film ja einfach so genießen können. Und deshalb hat man sich glaube ich gerade so mit Harley Quinn sowas gespart, dass man das da in den Kinofilm wirklich reinbringt. Wir lernen ja hier den Stadtrat Arthur Reeves kennen, der ja ein vehementer Gegner von Batmans Methoden ist. Und ja, auch gegen James Gordons Willen auch die Polizei dazu auffordert, wirklich gegen Batman vorzugehen. Reeves spielt ja auch später nochmal eine Rolle, eine verbindende zu dem Phantom. Und wir kommen hier auch in den Batcave, in dem auch Alfred mit dabei ist und zu sehen ist. Und Batman analysiert hier eine Scheibe, eine Autoscheibe oder ein Bruchstück von der Scheibe. Ja. Er ist Detektiv. Tatsächlich wieder. Das wollte ich eben schon vorher sagen, er ist ja auch am Tatort, er sammelt ja die Scheiben ein. Also er untersucht tatsächlich Spuren und so weiter. Das ist also ja auch wieder drin, dieser Detektiv-Aspekt. Stadtrat Reeves telefoniert mit einer alten Freundin, Andrea Beaumont, die gerade in Gotham City ankommt, beziehungsweise die im Flieger sitzt und wohl auf Gotham City zusteuert. Er fragt Andrea, ob sie auch vorhat, ihren alten Freund Bruce Wayne aufzusuchen und das fragt, das fragt er nicht. Nein? Nee, er fragt, ob sie alte Freunde besuchen will und wir kriegen das nur visuell gezeigt, weil sie gerade das Magazin mit seinem Bild quasi vor sich liegen hat und sagt dann, nee, nee, fang nicht wieder damit an oder so. Und dann aus Schreibersicht, warum man jetzt quasi hier sagt, ich will jetzt Andrea Beaumont auf keinen Fall damit in Verbindung bringen mit diesem Phantom, die fliegt ja jetzt erst auf Gotham City zu, aber mal so rein inhaltlich, warum fliegt denn die? Ist die zwischendrin nochmal, weiß nicht, nach Europa gechattet oder dreht die ihre Kreise? War Metropolis. Ah. Hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Nö. Ja, von der Rekonstruktion der Abläufe macht das wenig Sinn. Das stimmt schon. Ja, das ist richtig. Aber dadurch, dass wir oft mit Rückblenden spielen, ist es einfach eine Rückblende, das Telefonat. Ja. Weil es kann ja gar nicht sein, ist ja nach dem Gespräch, ne? Ja. Hey, ich hab einen kennengelernt, der ist letztens von Karlsruhe nach Stuttgart geflogen, also. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ich meine, die hat ja viel Geld jetzt auch. Waren andere Zeiten. Ja, das stimmt. Ich glaube, Bruce Wayne hätte es genauso gemacht, um seine Spuren zu verwischen. Der hätte wahrscheinlich auch, ne? Ein Erfurt aber geschickt, weil er keinen Bock hatte. Das stimmt auch wieder. Wisst ihr eigentlich, warum die Andrea Boman heißt? Weißt du's? Ja. Also Andrea, warum sie Andrea heißt. Andrea Romano ist ja quasi die Voice-Direktorin quasi dort. Kevin Conroy hat sich das zwischendrin irgendwann mal zu einer, also bei jedem Aufnahmetag, an dem er dort war, hat er sich das quasi zur Aufgabe gemacht. Die müssen doch immer so diese Laute machen, wenn die kämpfen. Und wenn das gerade gut passte, dann hat er immer hinten ran gemacht, Andrea. Und er hat eben, die Andrea, die mochten sich sehr, die zwei. Und deswegen, dann wurde das immer so ein Running Gag quasi. Und deswegen hat der Alan Burnett diese Figur Andrea genannt, weil es gab ja quasi schon Geschöne dazu. Was ich gerade nur noch mal sagen wollte, Bernd, deswegen habe ich gesagt, er fragt nicht direkt nach Bruce Wayne, weil ich das tatsächlich noch mal, das will ich jetzt noch mal kurz erklären. Ich finde das erstaunlich für einen Zeichentrickfilm, auch wenn das ein Stück Paradox klingt, weil der Zeichentrickfilm lebt ja davon, dass er visuell ist. Hier wird aber ganz viel tatsächlich über Bildsprache transportiert. Ich war da überrascht von, weil ich glaube, dass heute deutlich mehr noch auf Tonspur ergänzt werden würde. Da ist tatsächlich was, wo ich sage, daran merkt man, dass der Film zum einen schon 30 Jahre älter ist und aber auch einen gewissen Anspruch ans Publikum hat. Also mir ist das nur mehrfach aufgefallen. Es wird relativ viel auch über das rein Visuelle übertragen. Das kommt später nochmal an zwei, drei Szenen, wo ich glaube, dass heute tatsächlich noch mal auf der Tonspur oder über den Dialog das alles noch mal erklärt werden würde, weil es hier tatsächlich nicht viel gemacht wird. Also du brauchst hier auch das, das ist ein Dialog. Du brauchst das Magazin und den Rest kannst, musst du dir quasi ein Stück weit selbst zusammenlegen. Klar, wird hinterher nochmal erklärt und in Rückblenden gezeigt. Aber ich finde es ganz spannend, dass der Anspruch einfach auch da ist, dem Zuschauer durchaus auch zu vertrauen, das zu verstehen. Und das ist für ein... Das du halt hast halt damit, dadurch, du erklärst halt direkt, dass die Figur, die in der nächsten Szene kommt, Bruce Wayne ist. Bei Batman, du wirst niemandem erklären müssen, wer Batman ist. Also weißt du, den Batman weißt du direkt, wenn du ihn siehst, ich meine, du gehst nicht in Batman, weil es nicht, wer Batman ist. Aber das ist vielleicht die Chance dabei, dass deine Bekleidung oder irgendjemand anderes da drin ist, jetzt nicht unbedingt direkt weiß, wer Bruce Wayne ist und so hast du halt beides in zwei Szenen gemacht. Du hast die Figur, die halt über Bruce Wayne redet und du zeigst ihn und du zeigst ihn und hast ihn direkt in der nächsten Szene. Das heißt, jeder weiß direkt, wo er ist. Weil du musst ja auch vielleicht ausgehen, dass vielleicht diesen Film vielleicht jemand auch guckt, der die Animated Series nicht kennt. Und dann denkst du, was folgen wir jetzt dem Typ darum? Ich will Batman sehen. Klar, das bin ich ja von mir bei dir. In dem Dialog mit den beiden Damen da auf der Party in Wayne Manor wird ja aber auch nochmal gesagt, dass er Bruce Wayne ist. Das wiederholen wir nochmal. Aber das ist auf jeden Fall so. Ich meine, wie gesagt, ich finde nur, das ist alles vom Aufbau. Es ist schon recht edel gemacht. Man hat dem Zuschauer damals noch mehr zugetraut als heute. Das wolltest du damit sagen. Ja, das glaube ich schon tatsächlich. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich auch, dass man damals generell den Leuten, also den Zuschauern mehr zugetraut hat. Ich glaube, man wollte ihnen auch mehr zutrauen. Also absichtlich. Wie gesagt, sie kommen ja eigentlich aus dem Medium der Zeichentrickserie, die eigentlich lange Zeit für Kinder gemacht wurde und dann schon mit der Serie das Ganze schon ja auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Und das ist wie Erwachsene, die dann sagen, okay, wir können noch einen Schritt weitergehen. Wir können es noch filmischer erzählen. Wir wollen eigentlich hier einen Film drehen. Klassisch, lass uns unsere Story so erzählen, wie wenn wir ein richtiges Drehbuch hätten und das dann eben auch mit den Mitteln eines Films zu erzählen. Schon allein die Szene im Flugzeug, dass man erst ihre Lippen sieht, dieser Anschnitt, während sie spricht, dass man gar nicht die ganze Person sieht, wie man es vielleicht in einer Zeichentrickserie, in einer üblichen gemacht hätte, sondern man benutzt hier auch filmische Stilmittel einfach und eben den Anspruch ans Publikum auch, dass man, ich glaube, es war auch der eigene Anspruch an sich zu sagen, lasst uns jetzt als erwachsene Menschen, die wir ja auch sind, einen Film für Erwachsene zu machen, soweit es uns die Grenzen, die uns irgendwo dann aufgestellt werden, auch bieten. bieten. Und das, ja, das merkt man tatsächlich auch beim Schreiben, auch bei den Dialogen, bei dem, was beim Witz, auch der hier vorkommt, auch bei dem als Szene stehen lassen. Das machen die schon gut. Wobei ich da sagen muss, als dann diese dritte, vierte Frau dazukommt bei Bruce Wayne, da dachte ich jetzt kurz, sollte das jetzt kurz sein, ob das jetzt schon ist, weil ich habe da nicht mehr, so eine vierte Frau, die hat auch so leicht rot, die Haare hat einen roten Lippen, die hat auch so einen Leberfleck. Und da dachte ich dann, das ist dann irgendwie schon ein bisschen komisch gewesen, weil ich da dachte ich mir, ist es jetzt die schon? Nee, es kann nicht sein, dass sie jetzt kommt. Und dann kippt sie ja mal das Glas und läuft so weg halt und so, dann weiß man, sie ist es nicht. Aber da dachte ich mir schon, war sie das jetzt schon oder nicht? Das war alles beabsichtigt. Alles beabsichtigt. Nee, weil es da genau darum ging, es wird ja auch schon im Flugzeug angesprochen, dass sie eine Ex-Partnerin ist und dann ist ja Bruce mit seiner Entourage, sag ich mal, wo eine irgendwie sehr gruselige Augen hat. Dachte ich, was ist denn da passiert? Also ob die so augen, tätowierte Augen hat, die jetzt ist schwarz, oder ist es nur mal gesagt, auch die zu, weißt du, was ich meine? Ja. Die ist in der einen, in der einen Szene hat die keine, die hat nur noch Pupillen, ne? Genau. Da hat nur noch schwarze Kreise im Gesicht. Ja, genau. Und dann kommt halt auch eine rothaarige Frau mit einem roten Lippenstift, da dachte ich mir, also das hättest du auch, also die Figur hättest du auch einführen können, dass sie jetzt auch auf der Party ist, aber in ihrem Abgang merkt man, dass es doch nicht hier, wie heißt es mal, Andrea Vermont ist. Das mit diesen schwarzen Pupillen, das kommt daher, an diesem Animationsstil hat man sich ein bisschen beworben, das soll tatsächlich eine Asiatin darstellen. Das war wohl auch in den 30er Jahren halt so üblich, so wurden Asiatin, die hatten oft nur diese schwarzen Pupillen, daher kommt das. Ja, ja. Ich hab das auch als Asiatin gesehen quasi. Echt? Okay, das hab ich nicht gesehen. Also ich hab das eher, ich dachte, das wäre eher so ein Stimple wie beim Joker, dachte wir haben jetzt diese Joker-Augen, weil der Joker hat ja später in der New Adventures hatte er ja genau solche Augen. Oder Jokers? Asiatin später. Nee, das wird uns dieser Film anders erzählen, aber gehen wir lieber weiter, bevor es schwierig wird. Ich wollte hier nur sagen, es ist eigentlich eine schöne Etablierung von Bruce Wayne's Playboy-Leben, auch wieder so in a nutshell zusammengefasst, ähnlich wie bei Batman Begins, als sie da in diesem Restaurant sitzen und er so seine Ladies mit dabei hat und da dann den Pool ausprobieren oder beziehungsweise das Aquarium. Und ähnlich ist es hier, nur dass es so ein bisschen negativer auf Bruce Wayne abschallt, weil er ja hier auch mehr oder weniger als eine Art, ich möchte nicht sagen Versager, aber halt eben als nicht das Idealbild eines Mannes dasteht, den sich die Frauen wünschen und dann das Ganze eben quittiert wird mit einem Guss Getränk ins Gesicht. Und ja, auf der Party sind ja nicht nur die Damen, da ist ja auch die hochdekorierte Figuren wie eben der Stadtrat dann auch zugegen, der das Ganze dann auch kommentiert und ich glaube, Bruce sogar noch ein Taschentuch. Naja, und ihm noch ein, und ihm tatsächlich nochmal, der versucht ihn schon, versucht ihm auch nochmal emotional ein mitzugeben. Also da kommt ja diese Andrea-Anspielung nochmal, wo wir wissen, er hat mir hier gerade telefoniert, er macht ja nochmal so einen Satz, von dem er glaube ich ziemlich genau weiß, dass Bruce das wahrscheinlich trifft, weil das ist schon, das würdest du nicht einfach so sagen, vor allem nicht, wenn die ganze Nummer jetzt schon, wie wir dann ja gleich erfahren, wahrscheinlich schon zehn Jahre her ist. Na? Ja. Die Antwort von Bruce Wayne ist halt super. Moment, ich finde das, ich finde gerade diese Abfolge, weil wir so in diesem, weil das ein Origin-Film ist quasi, finde ich das sehr wichtig quasi in dieser Ausgestaltung von der Bruce-Wayne-Persona, gerade auch so mit Blick auf The Batman quasi, den wir gesehen hatten, wo das ja alles fehlt gewissermaßen. Wir sehen das so mit diesen Frauen und das klappt immer irgendwie nicht und so und der spiegelt dem das und sagt, das ist so, als würdest du dir genauso auswählen oder würdest du dir gerade die auswählen, wo du weißt, dass eine Beziehung unmöglich ist gewissermaßen und das ist so, genau so ist es ja tatsächlich. das ist ja der Plan von ihm. Er will ja normal wirken zur Gesellschaft, aber er möchte ja keine Bindungen eingehen, weil das halt nicht geht. Genau. Oder aus verschiedenen Gründen nicht geht. Es geht aus dem einen Grund nicht, weil es Batman vielleicht auch nicht will, aber das halt auch nicht kann und dann ist es halt natürlich, dann machst du halt wie dieses, du triffst dich mit einer und dann geht doch nicht und dann meldest du dich nicht mehr und das merkt man ja hier, das ist ja in diesen Kreisen dann teilweise auch dann okay, aber auch die ein oder anderen sind doch auch verletzt und geht dann auch so. Ja klar. Batman in den 90ern hat also das, jetzt wollte ich Submarining nennen, aber wie heißt das, wenn man gar nicht mehr auftaucht? Ghosten? Ghosten. Ja. Der hat also das Ghosten erfunden quasi im Phantomfilm. So Grey Ghosten? Genau. Aber ja, er ist ja eigentlich, der verletzt die Frauen, ist auch nicht in Ordnung. Ja. Das habe ich mich letztens auch bei James Bond gefragt, das würdest du heute glaube ich auch nicht mehr so machen. Also diese, dieses Art von Ding, wenn heute, so ein Bruce Wayne werden wir glaube ich heute nicht mehr so oft sehen. Obwohl es Ghosten gibt, tatsächlich. Also das ist ja jetzt ein, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so ein Ding, ich meine jetzt sind wir ja hier wirklich so im P1 quasi, wo die hier feiern. Ich meine, da ist das vielleicht auch noch so, und da bin ich jetzt ganz vorsichtig, wie ich das sage, aber da ist das vielleicht auch so ein Win-Win-Ding quasi. Ich wäre zumindest mit Bruce Wayne gesehen. Also ich habe ja vielleicht nicht nur das Bedürfnis, die große Liebe zu finden gewissermaßen. Ich glaube, die, die mit ihm da stehen, witzeln ja auch noch. Das ist eher so ein bisschen, wir shakern miteinander. Das findet ja auch noch alles ganz lustig. Und dann kommt halt die eine dazu, die das gar nicht lustig findet, weil sie eine von denen ist, die abserviert worden ist. Die das gar nicht witzig findet. So dieses, du hast mir was vorgemacht und das ist seine Masche. Das ist ja genau das, was sie ihm vorwirft. Letztendlich wird ja sein Player-Image dann von ihr nochmal für alle erklärt. Und jetzt finde ich den Switch aber super interessant. Exakt. Weil in dem Dialog, merkst du jetzt, okay, der Stadtrat gibt ihm noch einen mit. Und das ist ja ganz bewusst, weil der sagt ja noch, wie hieß die nochmal? Andy N. Der weiß ja ganz genau, von wem er spricht. Vorne als mit der telefoniert. Ja, genau. Der weiß ja ganz genau, was Sache ist. Die Reaktion von Bruce Wayne ist so eine sehr souveräne, so eine sehr souveräne, so eine richtige, wie du es von einem Player so erwarten würdest. Der steht da jetzt drüber, der sagt, hier ist das, danke für das Anstecktuch. Sie wissen ja, wo sie sich hinstecken können. Und geht dann an ihm vorbei. Jetzt kommt der Switch und jetzt kommt sofort Melancholie. So dieses sofort, er gibt die Rolle auf, weil er getroffen worden ist, weil er gerade mit dem Dialog, der hat ihn wirklich getroffen. Gegenüber jemandem stand er da drüber, weil dieses, er macht die Tür zu, sackt so ein bisschen, die Schultern sacken so nach unten. Er sagt nochmal Andrea, geht nach vorne und dann geht er auf das Bild von seinen Eltern zu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es auch so, da habe ich auch Batman-89er-Vibes, muss ich ehrlich zugeben. Das hatte ich immer einfach. Von der Einstiegssequenz, wo wir dann, wo in Männer einsteigen, beim 89er-Batman, wo diese Party ist, wo dann ja auch eher so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Man merkt so, okay, er spielt jetzt diese Rolle nach draußen, aber jetzt, sobald die Tür hinter sich zu ist, lässt er es auch sofort abfallen, wo man sofort merkt, okay, das ist einfach die Maske, wie er sich halt aufsetzt. Und das finde ich hier schon, also, du bist ja, keine Ahnung, wir sind acht Minuten oder achteinhalb Minuten in dem Film drin. Und die haben eigentlich die Essenz von der Figur hier schon extrem gut eingefangen, muss man sagen. Und diese Melancholie, die ja die Animated-Series ausgemacht hat, ist hier schon sowas von präsent. Und ich liebe einfach alles daran, weil das tatsächlich genau, das ist so, das ist halt so das Batman-Ding. Ich muss aber auch eine Sache sagen, als ich es gesehen habe, weil mein erster Gedanke, das ist, also rein optisch, nur vom Optischen, das ist, was ein Ben Affleck-Batman hätte sein können, im besten Fall. Ich finde, diese Fusur, die er dort hat, mit diesem Vorgewurbelten, dass dieses Riesig, dieses, also dieses, 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 dieses Dings-E hat, das hätte, das ist das beste Fall, was man, was man mit Ben Affleck aus der Figur des Batman hätte machen können, wäre das gewesen. Nicht das, was wir bekommen haben, aber auch, wie gesagt, auch den Satz, wie er den sagt, das hätte dieses, dieses krummelmurmelnde, steckt dir die selbe sonst wo hin, Dieser getroffene Bruce Wayne, der zieht sich jetzt zurück in ein Nebenzimmer und ja, eben dieser Name, Andrea, hat auch wieder bei ihm was ausgelöst und blickt auf das Porträt seiner Eltern, übergroß, auch inszeniert und wir kommen jetzt hier in die erste Rückblende. Henning hat schon gesagt, zehn Jahre vorher wird das wohl spielen. Ich dachte, dass das irgendwo gesagt wird, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung gerade, ich dachte, dass es irgendwann, dass irgendwann mal zwischen den beiden sagt, das ist ja schon fast zehn Jahre her, ich weiß aber nicht mehr, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert, also korrigiert mich gerne, ich hatte irgendwie zehn Jahre jetzt abgespeichert. Ich habe es auch tatsächlich in der Zusammenfassung gelesen, dass es zehn Jahre vorher spielen soll. Hier in der Szene sehen wir ja jetzt eben Bruce, der seine Eltern am Grab besucht und hört was und belauscht dann damit die ebenfalls jüngere Andrea, die ihre Mutter besucht und mit dieser so spricht, als wäre sie noch am Leben, was erst mal recht verwirrend und gleichzeitig auch zu dem einen oder anderen witzigen Dialog führt. Bruce und Andrea kommen dann auch ins Gespräch, sie erkennt ihn ja auch, was sie ihm nicht gleich anmerken lassen möchte oder ihm wissen lassen möchte und ja zwischen den beiden merkt man, da sprüht sowas wie Funken oder zumindest eine große Sympathie und Bruce scheint da sehr angetan zu sein, Andrea auch und wahrscheinlich Andreas Mutter genauso. Ja. Die sitzen so eine schöne, offene Person quasi, Also die ist witzig irgendwie, die ist schlagfertig und die hat, ja im Gegensatz zu ihm, der jetzt, wo wir ja wissen, wie er zu seinen Eltern steht, da eine weitaus konstruktivere Beziehung, wie ich es mal nenne, zu ihrer toten Mutter, als er zu seinen Eltern quasi, ne? Und, ähm, und ich meine, über den Verlauf sind es ja trotzdem immer wieder auch solche Art, solche Frauenpersonen, die quasi nicht auf den Mund gefallen sind, die, Stimmt. Auf Augenhöhe. Exakt, die auf Augenhöhe sind, die, die für ihn attraktiv sind, gewissermaßen, ne? Vielleicht sogar fast noch mehr, weil ich da, das finde ich auch ganz schön hier, das ist visuell schön eingefangen, das ist natürlich im Voice Acting auch nochmal extrem gut gemacht, was für mich ja Bruce Wayne immer auszeichnet, ist dieses, dieses Ganze, was ich gerade gesagt habe, diese Souveräne, dieses Player Ding, das ist halt genau das, das muss er spielen, da ist er gut drin, da ist er perfektioniert, aber eigentlich, und jetzt, wenn er, wenn er hier authentisch ist, und das ist er in dem Augenblick, weil er ist da quasi auf dem Friedhof bei seinen Eltern, ne? Da ist er fast schon wieder in so einem Kind ich, also weißt du, da ist er eigentlich so ein schüchterner, eher introvertierter Typ, der in dem Augenblick, wo er auf eine Frau, wie du sie gerade beschrieben hast, Marianne trifft, und ja eigentlich mehr oder weniger verunsichert ist, also tatsächlich in der Situation würde ich die fast gar nicht auf Augenhöhe sehen, da ist sie ihm fast ein Stück weit überlegen im Sinne von, weil er gar nicht weiß, wie er die Situation handeln soll, weil er gar nicht weiß, wie er ihr eigentlich begegnen soll, und das findet er ja, das findet er ja super spannend, interessant, das reizt ihn ja auch, was man gleich dann ja auch so schön sieht, wenn er anfängt zu lächeln, wenn er den Sprich macht und so, weil das findet er, das findet er richtig, das findet er richtig attraktiv, so. Das ist krass, da hat er Matt Reeves also hier abgeschrieben, ne? Ja. Weil die Beziehung zu Catwoman ist doch recht ähnlich. Ja, total, genau. Bruce betont hier auch nochmal, dass er seinen Eltern etwas versprochen hat, und in Vorbereitung darauf sehen wir dann auch in dieser Rückblende einen von, ich sag mal, den ganz frühen Einsätzen eines Prototyp-Batmans. Ich glaube, sehr stark Batman-Year-One inspiriert, in dem er die letzten Jahre schon die Zeit damit verbracht hat, sich gegen den Kampf gegen die Ungerechtigkeit vorzubereiten und ja, steht kurz davor, diesen Kampf auch anzugehen. Und in dieser Nacht setzt er seine Skimaske auf, stellt sich vor einer Gruppe von, ja, Dieben, die einen Lastwagen überfallen, und als er sie auffordert, sich zu ergeben, greifen sie ihn an, und Bruce' Kampfkunsttraining und seine fortschriftliche Ausrüstung, die machen hier auch kurz einen Prozess mit den Schurken, und er ist begeistert, wie sich so sein Ergebnis oder das Resultat und sein Training hier ausgezahlt hat. Das ist eine Sache entnommen, die Michael Reeves quasi schon geschrieben hatte, also für eine andere Folge quasi, die verworfen wurde, wo es irgendwo um die frühen Abenteuer, also um den Prä-Batman, so was es vorhin gesagt ging, und dann konntet er das hier einfach nochmal schön verarbeiten, eben mit vielen Year One-Vibes. Ist es Bullock, der eine Bulle? Ja, ja. Ah, ist schon geil. Auch ein guter, auch ein guter 90er-Jahre-Swag, den er da trägt mit seiner Lederjacke. Ja, absolut. Das ist ein Ding, fast schon ein bisschen wie Bane-mäßig, ne? Wer ist Bullock, der im Streifenfang sitzt? Ja, na klar. Einer von beiden ist Bullock, ja. Der hat sogar seine Synchronstimme, der den Kaffee trinkt. Ja, genau, und der dann pustet, also dann auf dem, ja, genau. Diese Anfänge, das ist ja auch hier gerade so Year One-Style, also er zieht sich jetzt erstmal die normalen Klamotten an, ne, und die ersten verprügelt er noch, weil du gerade sagst, Bernd, er ist total erstaunt, übersieht aber noch einen, das ist ja auch das Ding, ne? Also man sieht, er ist auch noch nicht fertig, weil er hat ja nicht aufgepasst, er hat nicht das ganze Areal vernünftig gescannt, das hätte auch noch hinten losgehen können, ne? Also der hätte ihn auch einfach schießen können, ähm, das ist ganz schön, und dann ist das alles noch so ein bisschen unbeholfen, ne? Wie er jetzt sieht, der LKW, der ist ja talky, ne? Ja, genau, ungelenk auch einfach, ne? Diese Unbeholfenheit, dass das nochmal spiegelt, die Szene mit Andrea, dass er in beiden Situationen, äh, irgendwie auch ein bisschen unbeholfen rüberkommt, wie gesagt, er da, äh, übersieht den einen Gangster, das ist alles so eine knappe Nummer, diese Freude, genau so, dass es fortgeführt wird, dass er halt doch, ja, in allen diesen Dingen unerfahren ist ein bisschen, das finde ich sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte dann auch dieses, wie es reflektiert wird, quasi von, von Alfred, ähm, natürlich wieder mit so einem Spruch im Sinne von, ach Mensch, ich hab das jetzt gelesen, was Sie gemacht haben, wollen Sie nicht Rugby doch noch eine Chance geben? Ja, ja. Und in dem Film ist mir tatsächlich wirklich, ich weiß nicht, ob erstmals, aber tatsächlich noch mal sehr klar geworden durch diese Rückblenden eben, was, ähm, was Alfred eigentlich immer noch so für eine andere Rolle eben, eben hat, eben für die Zuschauer, die ja meistens eigentlich Kinder sind, also was der ja quasi macht, ist ja, ähm, Alfred ist quasi derjenige, der uns darin versichert, dass, ähm, dass das, was Batman macht, verrückt ist, also dass es nicht der Norm entspricht, quasi, ne? Das ist keine gute Idee, ne? Ja, genau, ja, genau. Und es ist immer wieder so dieses, ähm, wenn man selber so diesen Gedanken hat, der findet sich ganz schnell in Alfred wieder, also wir wären da quasi nicht alleingelassen mit diesem, da sollte man es vielleicht doch mal probieren, wie Batman durch die Gegend zu springen, nee, Alfred sagt dann immer, nee, ähm, ich mach dir diesen ganzen Scheiß mit, aber es ist halt Scheiß. Und wir haben hier ja auch noch die Alfred-Vaterfigur, die immer noch versucht, eigentlich den eigenen Sohn zu retten, weil das haben wir nachher in der Szene, wo es erst mal die richtige Maske anzieht und das finde ich so eine krasse Szene, aber das lassen Sie uns da besprechen, wenn wir da sind, aber das ist ja hier, das ist ja im Prinzip der Aufbau, ne, ich versuche ja eigentlich quasi ihn noch davor zu bewahren, ne, und irgendwie immer noch dieses, ich sag mal, in ein normales Leben zu forcieren, ne. Ja. Aber trotzdem komisch, einfach mit schwarzen Haaren zu sehen. Wir waren alle mal jünger, die einen hatten schwärzere Haare, die anderen mehr. Aber trotzdem die Glatze, weißt du, die Haare oben, man kriegt weg. Naja, das kann schon sein. Aber das ist der klassische, klassische Alfred-Look, finde ich. Voll. Ja, voll, voll. Mit schwarzen Haaren. Ja, genau. Alfred ist ja hier am nächsten Morgen, an dem ja auch Bruce im Garten weiterhin trainiert. Da kommt dann auch Andrea dann eben in die Szenerie und legt hier Bruce Wayne auch flach. Also im kämpferischen Sinne zeigt auch, dass er hier ihre Skills hat, was auch Bruce sehr beeindruckt und dann letztendlich auch zum, zum, zum Kuss führt zwischen den beiden. Die Karate-Skills von Bruce Wayne im Gartenübungen sind auch sehr, gehen wir nochmal zurück zur League of Shadows. Ja, genau. Also es gibt findige Menschen im Internet, die rausgefunden haben, dass es Taekwondo ist, während sie im Film behaupten, es sei Jiu-Jitsu. Und sie legt ihn dann aufs Kreuz und sagt, ja, Verteidigungskurs von Miss So und So, ne? Das ist wahrscheinlich auch so, klingt, dass wenn sie auf einem Mädcheninternat gewesen wäre. Ja, genau, ja. Hier sind zwei Sachen, finde ich, noch wichtig. Das erste, ach so, nee, als sie noch auch zu ihm sagt, ist, im Original sagt sie, das sagt, was machen sie denn da? Und er sagt, Jiu-Jitsu. Und sie sagt, Gesundheit. Im Englischen. Und bei uns haben die das mit Bless you übersetzt. Wie bescheuert ist das denn? Echt? Wo es ja nur im Englischen dann tatsächlich ja mal nur die gleiche Bedeutung hat, ne? Vor die Bodenturnen machen. Er sagt, Bruce Wayne ja quasi noch, das war gestern gar keine schlechte Sache. Es fehlt nur noch eins, die hatten keine Angst vor mir. Ja, genau. Wichtig. Absolut. Also er ist jetzt schon ein bisschen in dieser Batman-Persona drin, ne? Das lässt er sie ja auch spüren, weil er so ein bisschen am Anfang noch, da ist er zu ihr, ne? Ja. Erwarten sie, dass quasi jeder Mann sie zurückruft, mit dem sie einmal gesprochen haben. Also er macht noch so ein bisschen einen auf, ne? Ich bin so ein bisschen hart drauf, das, die, die Schale knackt dann auch gleich relativ schnell. Aber ich finde es noch so, das finde ich sehr spannend. Also ich finde es schon sehr spannend, wie sie die Figur hier schon darstellen, mit all ihren Facetten und Schattierungen. Das gelingt denen, äh, vergleichsweise mit sehr wenig Szenen schon extrem gut, weil es sehr auf dem Punkt ist. Hier kehren wir dann auch wieder aus den Rückblenden zurück, in Wayne Manor, zu der Szenerie in dem, in dem Nebenraum, in dem Bruce eben dem Porträt seiner Eltern gegenüber stand. Er verlässt den Raum und wir sind damit wieder in der Gegenwart und kommen jetzt zum Friedhof-Szenario und hier ist der nächste Gangster ein Opfer des Phantoms, ein Wasbronski? Wie das Phantom eindrücklich in der deutschen Version sagt, Bronski! Ich fand das so toll. Das sieht aus wie Rupert Thorn, das hat mich immer wieder rausgerissen tatsächlich, aber ja. Genau. Also hier wird dieser Bronski, Bass-Bronski, in ein Grab gelockt und das Phantom verschwindet dann auch und er dachte, er ist jetzt dieser Bedrohung auch entkommen, aber nein, es stürzt dann letztendlich diese übergroße Engelsfigur auf ihn und tötet eben Bronski! Dann mussten sie den Sound, als der Engel den erschlägt, mussten sie den Sound ändern, sonst hätten sie es nicht durch die amerikanische FSK bekommen. Ja, glaube ich. Zu viel Bass, oder? Zu viel Bass. Oder zu wenig Bass. Too much Bass. Was geht denn, Alter? Ja, und auch hier wird wieder gedacht, weil ja Bass von Komplizen dann begleitet wird, dass man denkt, es wäre Batman gewesen. Und zwar einfach Batman, Junge. Ja. Und dann geht es ab zu Selva Balestra, ne? Zum Boss von Bass. Dann sind wir da in der Wohnung von dem Boss, der da eine Panikattacke, glaube ich, kriegt, ne? Ja, genau. Dass er sich seine Sauerstoffflasche quasi holen muss. Der Salamanca. Ja. Der da in einem riesen Raum sitzt, wo einfach nichts ist in diesem Raum. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob das links, das soll ein Kamin sein, oder? Ein Kamin, ja. Das sieht irgendwie super komisch aus. Ja. Der hat seinen Sessel da stehen und da ist einfach nichts sonst in dem Raum einfach. Ja, aber ich habe gedacht, das ist so typisch irgendwie, so wie man versucht, Macht darzustellen. Der sitzt da einfach hier alleine in diesem riesigen Raum, wo nichts drin ist. Also das ist so, so Mafia-mäßig, so richtig schön, wie man sich das vorstellt, wenn du dann da reinkommst und da sitzt ganz hinten am Ende im Stuhl in seinem Vorsatz-Schreibschirm der Pate. Ist aber auch typisch eine Mati-Series, oder? Ja. Wayne Manor sieht da auch so aus und hier bei The Long Halloween war doch Wayne Manor auch so eine Riesenhalle einfach nur. Ja, genau. Gut, dann sehen wir noch kurz, dass Gordon sich nicht beteiligen will, ne? Auf jeden Fall bei der Jagd nach Batman, was der Stadtrat jetzt von ihm verlangt, wo Gordon sich ausklingt, auch, glaube ich, noch mal wichtig, dass hier noch mal klar ist, okay, Gordon ist mutig, ne? Also sehr mutig, sich da loyal auf die Seite quasi von Batman zu stellen und zu sagen, nee, mach ich nicht, das könnt ihr alleine machen. Und damit geschickt aus dem Film rausgeschrieben wird. Exakt, exakt. Ja, genau. Gordon geht mal nach Hause, die Polizei macht mal jetzt Jagd. Genau, Gordon sagt. Ich finde die Szene großartig. Ich musste aber gestern so lachen, weil ich dann so gedacht habe, ich denke, jo, so geschickt kann man eine Figur aus dem Film rausschreiben, man macht sie doch zum Helden. Nein, da mache ich nicht mit und weg ist sie. Okay, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du müsstest jedes Mal erklären, du müsstest das ja jetzt, weil später kommt ja dann nochmal Bullock mit seinem komischen SEK da und du müsstest ja jetzt jedes Mal wieder sagen, nee, der macht das jetzt nicht mit. Der macht das jetzt nicht mit. Du müsstest ja jedes Mal gucken, wo ist denn Gordon und was macht die Polizei da jetzt gerade. Jetzt hat einfach quasi der Stadtrat die Kontrolle über die Polizei, wie auch immer das funktionieren soll. Aber gut, es ist so. Movie Magic. Alles klar, gut. Genau, der ist jetzt einfach mit Barbara. Jimmy ist jetzt mal weggefahren für ein paar Tage. Exakt, schön nach Kanada. Da mache ich nicht mit dir. Sie versuchen, auf jeden Fall Batman anzulocken beziehungsweise ihm eine Falle zu stellen. Reeves zusammen mit Bullock und anderen Polizisten aktivieren das BAT-Signal, was Batman aber auch gekonnt ignoriert. Und wir sehen, wie das BAT-Mobil sich praktisch von Gotham City entfernt. Batman begibt sich an den Tatort zum Grab, also zum Friedhof. Dabei kommt er auch an dem Grab seiner Eltern vorbei, was toll inszeniert ist mit dem Schatten, der den Grabstein nach oben wandert, also die Silhouette Batmans und vom Namen Wayne eingerahmt wird. Und auch hier hört er, ähnlich wie bei dem Rückblick, die Stimme von Andrea. Und ja, sie bemerkt ihn allerdings und zählt ganz schnell eins und eins zusammen, wenn der Typ hier vor dem Wayne Grabstein steht, dann kann das ja wohl nur Bruce sein. Sau schlechte Deckung von Bruce Wayne auf jeden Fall. Das ist wieder diese typische, er ist bei seinen Eltern vorm Grabstein, es zieht ihn komplett aus seiner Schutzrolle raus. Exakt, genau wollte ich gerade sagen, genau, das ist eigentlich nicht, das ist so das Ding, auf den ersten Blick denkt man sich, wie doof ist er eigentlich, wieso stellt er sich dann seinem Kostüm hin, so, weil er nicht anders kann. Genau, es zieht ihn halt dahin und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Marion, da ist der Schutz komplett runter, da wird auch nicht mehr taktiert und er, glaube er, er erwartet ja auch nicht, dass da noch jemand ist, ich meine, das ist ja mitten in der Nacht, soll man dazu ja auch sagen, also ich gehe davon aus, das wird er nicht selten machen und dann ist der Friedhof wahrscheinlich leer und dann steht ausgerechnet Andrea da und ja. Es regnet jetzt in Gotham City und Andrea ist mit Reeves beim Essen und unsere spannende Fledermaus sitzt auf einem Sims und beobachtet die Szenerie zwischen den beiden. Wieso eigentlich? Also ich muss ja sagen, das sind ja hier schon eher niedrigere Gründe, oder? die Batman hier dazu bewegen, da außerhalb des Gebäudes zu sitzen und die beiden zu beobachten mit einem Fernglas, das hat ja jetzt weniger was mit seiner Berufung als Batman zu tun. Ich habe harte Superman Returns-Vibes. Wollte ich gerade auch sagen, Brian Singer hat das hundertprozentig kopiert damals. In Superman Returns gibt es so eine sehr, sehr stark kritisierte Szene, wo Superman vor dem Haus von Lois schwebt und dann mit einem Röntgenblick das Gespräch zwischen ihr und ihrem Verlobten anguckt und belauscht. Das ist so ganz creepy, weil das irgendwie so mega schräg ist. Und hier muss ich ehrlich zugeben, es ist schon auch ein bisschen schräg, muss man schon sagen. Vor allem, weil er dann auch mit dem Fernglas nochmal, als sie sich dann, die beiden fassen sich ja an, an den Händen. Also der Stadtrat und dann sieht man nochmal, wie seine Augen so sich nochmal zusammenziehen, denn nochmal mit dem Fernglas da drauf geht. Also ja, wir haben hier so ein bisschen jealous Batman. Wir haben zumindest hier keinen Kontext, wen er beobachtet. Es kann auch sein, dass der Stadtrat eigentlich beschattet. Das kann natürlich auch sein. Wissen wir zwar nicht warum, aber das ist halt, ne genau, er hockt da halt und dann, es ist ein bisschen seltsam inszeniert auf jeden Fall. Also, ne, ja. Habt ihr auch das Gefühl gehabt, die Szene zu kennen, wenn Batman da sitzt zwischen den zwei Starthöhen links und rechts auf dem Dach, dieses eine Bild, was man sieht, kurz bevor die Kamera auffährt und man eben sieht, dass da Andrea und Reeve sitzt. Mich hat das ganz stark an die Justice League erinnert, die Eröffnungssequenz, wenn wir Batman das erste Mal da sitzen sehen, in den, in der Wand drin, praktisch, bevor er sich dann eben auf den Paradämonen dann stürzt. Da hatte ich so den Eindruck, als hätte sich Whedon von diesem Bild hier inspirieren lassen, wie er da sitzt. Zumindest finde ich es recht ähnlich. Ich hatte da sofort das Bild aus Justice League. vor den Augen. Ja, ja, Starkman. Wir machen weiteren Ausflug zurück in die Vergangenheit und damit auch auf die Weltausstellung, die in Gotham City stattfindet. Dort ist der junge Bruce und Andrea zu Besuch und gucken sich da so ein bisschen um. Etwas, was wir später auch nochmal in veralteter Form sehen werden und auch schon die ein oder andere Inspiration in Batmans Zukunft. Also wenn man hier ein Auto sieht, was schon einem Batmobile sehr ähnlich ist, wenn auch in der Farbe Rot. Meint ihr, danach ist Bruce Wayne zu dem Erbauer von diesem Prototyp gegangen und hat gesagt, that's it come in black. Genau, das habe ich genau das auch gemacht. Eins noch wichtig, Bernd sagt, wir sehen diese Weltausstellung später nochmal veraltet. Ich finde es sehr schön, dass sie am Anfang sagen, es ist eine helle Zukunft voller Hoffnung und Verheißung für alle Menschen und hier gilt das ja vor allem für Bruce und Andrea, die jetzt also hier durchgehen und im Grunde schon so ein bisschen einen Blick auf ihre Zukunft bekommen, wie das ihr wunderschöner nicht sein kann. Ja. Also laufen die hier quasi durch Metropolis? Ja, genau. Oder? Ja, im Grunde schon, ja. Ja, im Grunde ist das so. Genau. Aber eigentlich soll es Gotham werden, ne? Genau. Und jetzt sieht man hier die Parallele von, das ist ja das, was Marian sagt, ne? Die Parallele zwischen das ist die Perspektive, die Bruce quasi mit Andrea hätte und das scheitert im Endeffekt genauso, wie die glorreiche Zukunft und Perspektive von Gotham ja sich auch nicht bewahrheitet, ne? Ja. Und hier sind wir wieder bei dem Tilden Himmer. Ist Batman selbst verantwortlich dafür? Was wäre gewesen, wenn Batman mit Andrea gegangen wäre und sein ganzes Geld, achso, sein ganzes Geld in die Stadt investiert? Vielleicht würde es dann jetzt Gotham aussehen wie Metropolis, man weiß es nicht. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist schon sehr untypisch, weil eigentlich ist ja so, also nicht untypisch, aber so Batman-mäßig, Eltern sterben, er trainiert, er geht in die Nacht und so und jetzt da doch mal so eine Liebesbeziehung reinzubringen. Mhm. Ich stelle mir das gerade in anderen Batman-Geschichten vor und da ist der Bruce Wayne zu dem Zeitpunkt ist, er hat sich dann schon noch eher ein bisschen mehr fokussiert auf seinen Feldzug und weniger auf so, ne, auf diesen, ja, was hätte oder was wäre wenn Ding, oder? Deswegen habe ich am Anfang gesagt, deswegen finde ich das für die Animated Series so schön, weil dort kann ich, dort kann ich das auch besser verorten quasi. Also es ist so dieser, auch in der Animated Series ist er ja sehr darauf aus, ähm, ähm, Beziehungen von sich fernzuhalten. Selbst die Menschen, die ihm nahestehen, ja auch so Robin, Batgirl etc., die bleiben ihm ja quasi immer, immer fern gewissermaßen, also der versuchte ja auch eher professionell zu bleiben, in gewissen, soweit es ihm halt gelingt, also die müssen sich da hinarbeiten, ne, aber hier erleben wir ihn ja, so wie es der Gerd eben auch gesagt hat, wir erleben ihn hier völlig, noch nicht komplett professionell quasi und es ist, und er ist noch im Empfinden seiner Rolle und da, weil er ist noch nicht Batman quasi und das ist halt das Schöne, da kannst du halt noch jemanden aus dem Tritt bringen. Finde ich super. Ja, vor allem, weil er ja, also das sehen wir ja gleich, wir müssen das gleiche mal aufgreifen, weil theoretisch würde er ja auch das gar nicht, den Weg würde er gar nicht beschreiten, ne, hier ist er ja sogar noch, das kommt, aber vielleicht können wir ja gleich in der Szene kommen wir nochmal, das wird ja nochmal sehr prominent gleich platziert. Ja. Aber er ist schon dann auch gut, Sunnyboy mit seinem blauen Polunder, wie er da über die Weltausstellung spaziert. Ja, feinvoll. Und dann trifft er noch den Vater, ne, von ihr, das ist dann ja auch das nächste, was wir glaube ich dann sehen, dass er den Vater trifft, was ja eh schon immer unangenehm ist, ne, was er sich den, ähm, künftigen Schwiegereltern vorstellen darf. Ja. Wem ist das angenehm? Da können sie doch so viele Milliarden haben. Ja, und damit geht er, damit geht er ja noch souverän um, finde ich. Also man merkt so ein bisschen, er wächst ja auch an ihrer Seite, das finde ich auch ganz schön, dass man das hier sieht, ne, also das finde ich schon, dass die es gut darstellen. Und da treffen wir auf den Stadtrat das erste Mal, auf den künftigen Stadtrat, ne, das ist doch der, oder? Der vorher bei dem Vater quasi als Junior irgendwie hier arbeitet, ne. Aber auch hier, so, so würdest du Elford heute auch nicht mehr so zeigen, oder? Wie er da so stramm neben dem Auto steht und wartet auf Bruce Wayne, während die Feiern gehen. das ist nicht mehr die Aufgabe, die man heute von Elford hat. Wie in den letzten Filmen hast du Elford eher so eine administrative Aufgabe gegeben. Ach, vielleicht kommt das wieder. Vielleicht kommt das wieder. Und ich glaube, eine Serie und ein Film, von dem er ja eher das Gefühl hat, dass es eh in einer anderen Zeit verortet ist und gleichzeitig versucht modern zu sein, kann man solche klassischen Bilder, glaube ich, schon bedienen. Und bei Gotham in der Serie zum Beispiel haben sie es ja auch gemacht, ne. Da hat er ja so ein bisschen beides gehabt. Da hat er die trotzdem auch gefahren und da hat er trotzdem so dieses, auch in seinem Selbstbild, glaube ich, so diese klassische Butler-Aufgabe hat er auch gehabt, aber gleichzeitig war er trotzdem Mentor, Vater, Trainer, ne. Also ich glaube schon, dass man das machen kann. Voll, aber ich meine, bei Batman beginnt sein, weil es ja auch, dass Bruce Wayne noch mit Elford gefahren wird und sogar bei Rises wird er noch abgeholt. Aber so, dass er auch so stramm in Uniform nebendran steht und so, das fand ich dann eher, das würde ich dann so, ja. Aber da sind wir in den 20ern, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist wieder so diesem Art-Dekostil, diesen 20er-Jahre-Einflüssen geschuldet, weil das wurde halt damals auch so dargestellt, diese Chauffeure. Also es hat jetzt, glaube ich, keine tiefere Bewandte, sondern es passt halt stilistisch rein. Ich möchte es gar nicht weiter vertiefen, aber er ist ja immer noch Brite. Eben. Und ich glaube, der Brite steht auch heute noch stramm neben dem Auto, wenn er diese Aufgabe hat, oder? Wenn er es sich leisten kann, ja. Jetzt, als wäre so ein Treffen nicht schon unangenehm genug, meldet sich dann auch noch ein Termin bei dem Vater von Andrea an und man merkt dann, okay, hier laufen so ein paar shady Sachen ab. Wer betritt denn hier den Raum? Wer ist das denn? Das ist Mr. Balestra. Und Bruce und Andrea verlassen dann mal lieber das Gebäude, weil wir gerade über verschiedene Zeiten oder Jahrzehnte gesprochen haben. Hier kriegen wir es dann mit, na, was ist denn das, eine 50er, 60er Jahre Rockerbande zu tun? Wie auf Motorrädern einen Uhrenhändler, oder, ja, was ist das, ein Uhrenhändler? Ich glaube, der selber macht das hier nicht ganz legal, oder? Dass er seine Uhren auf der Straße verkauft, dass sie den ausrauben. Also du hast jetzt erstmal, hast du noch schnell übersprungen, dass wir an Jack Napier vorbeigelaufen sind, das allererste Mal im Film. Der knurrend in seinem Auto sitzt und die beiden beobachtet. Ein schlimmes Foreshadowing. Aber dann kommen wir zu den Rockern. Und der kann nicht anders, ne? Und der muss eingreifen. Das finde ich ja auch ganz spannend, wenn die da hinlaufen. Ich finde das übrigens ganz interessant, weil wenn man sich den Film jetzt mal aus einer Perspektive versucht anzugucken, wenn du Batman, wenn du nicht weißt, was eigentlich, was eigentlich Batman ausmacht, die haben noch gar nichts darüber erfahren, was eigentlich der Schwur war, ne? Also das kriegen wir hier auch nicht erzählt. Das ist in dem Film noch nicht thematisiert worden. Also das ist auch so ein Insider. Und hier kriegen wir jetzt aber so langsam eine Idee davon, weil er ja natürlich hier auch nochmal sagt, Andreas geht ja gar nicht nur um deinen Vater, das ist einfach alles. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses, das ganze System, das ist irgendwie alles ein bisschen kaputt, ne? Und dann kommen wir in diese Szenerie rein, wo er jetzt noch sieht, wie da drei Schläger, Rocker, da den unschuldigen Straßenverkäufer quasi, ne, ausnehmen wollen und er sich da jetzt einmischt, ne? Wie so ein Vollwahnsinniger eigentlich, weil die auch so denkt, was macht er da jetzt, ne? Die sind bewaffene Messer, Ketten, Motorrädern und er greift zu Fuß unbewaffnet in seinem Polunder, greift er da in seinem Wollpullover. Wie Rikos gerade so schön gesagt hat, Schwiegermanns Liebling, greift jetzt die beiden drei Rocker am helllichten Tag an, ne? Ja. Und holt auch ein, zwei von den Füßen, aber am Ende kriegt er ordentlich eine mit dem Vesperschläger. Ja, weil er abgelenkt ist. Ja. Weil Liebe ist ablenkend. Ja. Das ist der Punkt. Das wird ja ganz schön gezeigt und da merkt Emma, er merkt ihm ja auch ganz kurz an, dass das so nicht funktionieren kann, ne? Also ich glaube, das ist ja so diese Schlüsselsequenz, warum wir gleich danach diese Sequenz haben, wo er sagt, es geht nicht beides, ich kann das nicht beides machen, weil das funktioniert parallel nicht, ne? Also wo er vorhin, wo ihr kurz drüber gesprochen habt, dieses, warum sucht er sich welche Frauen aus, wo Riko gesagt hat, das geht aus mehreren Gründen halt nicht und hier wird ihm, glaube ich, das erste Mal ja bewusst, dass seine Mission nicht funktionieren wird, wenn er eben jemanden hat, den er liebt, weil das funktioniert nicht gleichzeitig, so und das ist ja hier ganz klar, ne? Ja. Und dann springen wir ja schon in die nächste Sequenz, wo, Bernd, was macht er da? Was malt er da? Er entwirft sein Kostüm auf dem Block und ich gucke es mir gerade an und denke mir, muss ich es erkennen, ist es eine Referenz an etwas? Ich glaube nicht, oder? Nicht, ne? Aber er hätte sich angeboten, hier eine Referenz mit reinzubringen, so das erste Bob-Cain-Kostüm, was der damals... Und das Shadow, das hätte ich geil gefunden, wenn es so ein bisschen mit dem Shadow ausgeleitet mit so einem Hut oder so, ne? Sowas hätte ich cool gefunden. Aber ich glaube, das soll keiner sein, das ist so grob von der Skizze her. Ich will jetzt ehrlich nicht erkennen, was das sein soll. Er ist natürlich der beste Maler vielleicht. Kann auch sein, ja. Ich kann nicht malen. Batman kann nicht zeichnen. Er ist aber auch selber damit unzufrieden, zerknüllt, wirft es ins Feuer. Latino Alfred, ich komme nicht drüber hinweg. Latino Alfred, was ist mit dir heute los, ey? Mit deinem oberen... Einen schwarz gefärbten Haar. Aber Alfred versucht noch irgendwie Bruce dazu zu bekommen, zu sagen, na komm. Ruf sie an. Sie ist ja schon auf der Leitung quasi, die wird sich freuen, dass sie sich so fühlen, also dass sie quasi ihre Mission nicht fortführen können. Ja. Und er sagt aber, ich kann nicht. Und dann geht er auf den Friedhof. Ja, um sich von seinem Schwur zu befreien. Ja. Eigentlich will er sich die Absolution von seinen Eltern holen, ne? Dass sie ihn davon befreien. Eigentlich geht es ja ihm darum. Ja. Superstarke Szene. Ganz ehrlich, finde ich richtig krass. Ja, das ist meine Lieblingsszene hier. Total. Ja. Wo ich mir denke, das haben wir in einem Realfilm noch nicht gehabt, weil das hat so krasse Tiefe, jetzt mal ohne Mist. Also das ist Wahnsinn. Die Szene wird auch in jedem Animated Series Compilation kommt die vor. Oder wenn es immer um die Animated Series geht. Ja. Auch um Kevin Conroy ging, ist immer die Szene, die genommen wird. Ja. Absolut. Apropos Kevin Conroy, der hat mal erzählt, als es um diese Szene ging, er war, da kamen Sachen aus der Vergangenheit bei ihm hoch, als er das eingesprochen hatte, weil er hatte kein gutes Verhältnis zu seinem Vater, der muss ein starker Trinker gewesen sein. Und er hat dann gemerkt, als er diese Szene eingesprochen hat und er auch damals recht früh das Elternhaus dann eben auch verlassen hat in Nauut, also Sachen, die nie aufgearbeitet wurden, hat er gemerkt, dass das beim Synchronisieren hochkam, er das hier mitverarbeitet hat und dass das sogar Andrea Romano dann auf ihn zuging und ihn dann in dem Moment auch gedrückt hat, weil sie einfach gemerkt hat, da tut sich in dem Moment etwas bei ihm, dass da was hochgekommen ist, was er dann jetzt weiter verarbeitet hat. Der bietet ja seinen Eltern was an, was die ja nie von ihm verlangt haben. Also das ist ja ein Schwur, den er quasi jemandem gegeben hat, der ja nicht mehr gelebt hat oder so. Und der entschuldigt sich bei seinen Eltern dafür, dass er ein normales Leben führen will. Und du hast, wie Henning gesagt hat, man hat das selten so quasi explizit ausgesprochen, ohne dass es auch albern wirkt, muss man auch noch dazu sagen, so explizit ausgesprochen und eigentlich zeigt es im Grunde auch, wie krank der ist. Total. Er widmet sein Leben seinen toten Eltern beziehungsweise so einer bestimmten Vorstellung von dem, wie er sie ehren kann. Absolut. Und das heißt ja auch, dass er bis dahin ja ausgeschlossen hat, dass er je ein glückliches Leben leben kann. Das muss man sich quasi mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, so in der Jugend gewissermaßen hat man vielleicht so eine Leidenschaft oder wo man sagt, wenn das nicht funktioniert, dann geht überhaupt nichts oder so. Oder wenn die Person mich verlässt, dann klappt überhaupt gar nichts mehr. Aber er hat ansonsten überhaupt gar keine Vision davon, wie es mir ein konstruktives, progressives Leben aufbauen kann, gewissermaßen. Total. Auch dieses I didn't count on being happy, das ist mega. Also der ganze Satz, den er da hat, das ist so dermaßen deep. Jetzt mal ohne Mist. Also ich neige jetzt ja nicht zum Übermäßigen feiern von allem, aber das hier ist wirklich, das ist die ganz große Schule, jetzt mal ohne Flachs. Also das ist so Batman, was du gerade sagst, total. Wem hat er sich gegenüber eigentlich verpflichtet? Nicht nur einfach in der Mission, sondern seinen toten Eltern, von denen er gar keine Absolution erhalten kann. Also das ist aus dem Kreis kannst du nicht ausbrechen, weil die können dich davon nicht befreien. Das ist so ein, das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung letzten Endes, die du hier selber, die du eingegangen bist. Das ist unfassbar. Was ich aber schon interessant finde, dass er ja eigentlich auch einen Plan hätte, wie es besser sein könnte, sein Geld herzugeben. Absolut, genau. Zeit, das Geld zu geben, wo man auch, wo du ja schon auch schon zu Recht vorhin gesagt hast, das wäre wahrscheinlich der bessere Weg auch. Aber aus irgendeinem Grund glaubt er ja, dass er es besser kann. Oder dass er... Er immer noch nicht erwachsen ist, es ist immer noch das Kind, ich was da spricht und was die Erlaubnis von den Eltern haben will, weil er auch sagt so, ich könnte das doch so und so machen. Also, ich habe ja einen Plan, ich mache ja jetzt gar nichts, seid mir jetzt nicht böse, ich sehe nicht so, dass ich mich jetzt auf die fahle Haut lege, ich würde ja alles tun, aber ich will eigentlich diese Mission, das kann ich so nicht machen und so. Und Wahnsinn, also das ist ja kein Erwachsener, kein vollwertiger Erwachsener, der da spricht. Ja, überhaupt nicht. Ja, und gleichzeitig ist das ja das, was ich meine, dieses Teufelskreis, weil du kommst da nicht raus, weil die Toten Eltern können dir nicht antworten. Also das ist so, Wahnsinn, also dieses Dilemma, in dem der steckt, das wird ja hier so greifbar und ohne Mist, ich finde das so, das hat mich emotional so gepackt, weil das so, das ist so Batman in seiner Essenz. Ja. Das ist Wahnsinn, also wirklich, das ist sowas von auf den Punkt. Ich habe da gestern auch gedacht, das ist wieder so dieser Moment, wo du denkst, wo dir da klar wird, da sind halt nicht nur die Eltern gestorben in dieser Nacht, da ist halt auch dieser Junge gestorben und das, was da übrig geblieben ist, weiß ja eigentlich gar nicht, wo es hin, wo er hingehört. Ja, und verbaut sich ja, verbaut sich ja tatsächlich so diese, verbaut sich ja tatsächlich jede Art von Zukunft, wie sie eben, wie Henning sagt, wie sie einen Erwachsener quasi haben müsste. Also ich begebe, ich werde mich ab sofort in Todesgefahr begeben, um meinen Eltern quasi gerecht zu werden und darüber werden auch alle meine Grundbedürfnisse irgendwie befriedigt, gewissermaßen. Also der Rest ist befriedigt durch Geld, was ich irgendwie habe und der Rest wird dadurch befriedigt, dass ich jeden Abend rausgehe und mich mit hochproblematischen Menschen oder Geschäften oder sonst auch was da quasi einlasse, um irgendwas zu säubern und weil Rico sagte ja, er hat ja eigentlich einen Plan, er hatte den Plan B, genau, und hier sagt er das so schön. Warum hat er denn plötzlich Zugang zu diesem Plan B? Er sagt, ich will euch nicht enttäuschen, aber es tut gerade nicht mehr so weh. Ja, total, genau, weil er Liebe spürt, das ist der Weg zur Heilung quasi, es tut nicht mehr so weh. So, und dann ist er ja im Prinzip, dann geht er jetzt ja gleich auf diesen Weg auch, ne, also er löst sich ja statt, bis er nochmal verlassen wird. Ja. Wieder von dem, also von der nächsten Person, ne, die ihn liebt, die das was, was Perspektive war, wird er ja für sich, wird er ja verlassen und das ist der finale Bruch. Der finale, das ist der finale Bruch, das ist die Sollbruchstelle. Da passiert das Final und schlussendlich und eigentlich unumkehrbar aus meiner Sicht und dann haben wir diese grandiose Szene mit Erfurt, wo er sich das Kostüm anzieht. Boah, Freunde, ich werde wahnsinnig. Ja, jetzt mal ohne Flux. Das ist schon ohne Scheiße, das ist so gut, jetzt mal ohne Flux. Genau, das meinte ich am Anfang mit, ich kann nicht sagen, das ist der beste Batman-Film einfach, aber das ist auch, gerade für die Animated-Series, guck dir diesen Film an und danach guckst du dir die Animated-Series an, da macht einfach so viel mehr, nochmal mehr Spaß oder das hat so ein, es hat jetzt eine Begründung und es ist auch nicht so ein dummes Rumpsychologisierer mit, wir müssen jetzt genau wissen, wo er herkommt oder wie das oder so. Wir sehen hier kein einziges Mal, dass die Eltern erschossen werden oder sonst irgendwas. Wir kriegen hier nicht irgendeinen solchen platten Scheiß, sondern du kriegst es eben genau so tief. Weil du es gar nicht brauchst. Genau, du rierst so tief, das hat so Gravitas, das ist so, das ist wie gesagt, das ist auch nicht cheesy, das ist nicht abgeriffen, das ist einfach nur, du kaufst es komplett und das sag ich, das ist ein Zeichentrick-Film. Ich hab ja schon mal gesagt, mich emotioniert das normalerweise gar nicht so stark, aber das hier ist wirklich, das ist wirklich so gut gemacht und da kommt die Optik und alles, was natürlich atmosphärisch hier zukommt mit Regen und wie die Szenerie aufgebaut ist und wie die Serie oder wie der Film natürlich auch vom Stil her optisch umgesetzt ist, das passt hier alles, das greift so perfekt ineinander. Absolut. Und es wird auch noch schön abgerundet, weil Andrea betritt ja auch dann noch die Szenerie und wie du schon sagst, die Eltern können ja nicht antworten, auch wenn er das von ihnen fordert, ja bitte sag mir, dass das okay ist und sie dann aber die Antwort gibt, vielleicht haben sie ja mich geschickt. Wahnsinn, ohne Mist, da bin ich dann, ey, sorry, da bin ich final drüber, so krass, das ist ja fast schon Poesie, jetzt mal ohne Mist, weil das ist nur ein so ein trockener Satz, maybe they sent me, dann nimmt sie sich in den Arm und ganz ehrlich, wenn du da pausierst, du hast das Gefühl, Moose fängt jetzt an zu weinen, also auch das ist so, der bricht so ein bisschen weg und dann hast du danach und diese Überblende, weil dann hast du ja wieder die Überblende, die Gegenwart, wo immer noch Batman da hockt, und der hockt da, aber jetzt sieht es aus, als wenn da ein kleiner Junge in dem Kostüm zusammengekauert auf dem Dach sitzt, also diese Überblende von dem weinenden Bruce in den Armen von Andrea, die Überblendung zu jetzt diesen zehn Jahre später, Batman, der da sitzt, wo du denkst, das ist ja auch immer noch Teil von dem, das ist in dem ja immer noch drin, ah Leute, müssen wir kurz Sturm schalten, ich muss kurz weiter abfeiern, lass uns teilhaben, lass uns teilhaben, das ist ganz großes Kino, ich hab noch alles an, ich hab grad gesagt, zieh die Hosen wieder an, oh Gott, Mensch, Marianne, ist wieder geversaut, naja, ja genau, buchstäblich, als ich Bernd die ganze Zeit sowas angeriss, jetzt kommst du einfach so um die Ecke, so, Reefs geht durch, Gotham City ist wahrscheinlich am nächsten Tag, es regnet ja auch inzwischen nicht mehr und ja, der Weg wird eben abgeschnitten von einer Limousine, die vorbeifährt, in der sich eben der inzwischen alte Valestra befindet, gesundheitlich schlecht beieinander, genau, in der Szene geht's darum, dass Valestra quasi jetzt Angst hat, dass Batman sich jetzt einen nach dem anderen von dem Mob vornimmt und will von Reefs quasi wissen, ob das so ist und was der weiß, weil der hat ja Inside-Informationen, weil der da bei der Polizei quasi sitzt und Reefs sagt ihm, ja das ist so, ne, ich kann dich ja von der Polizei schützen lassen, ha ha, dann lacht Valestra sich kaputt, weil er genau weiß, okay, das ist jetzt, ne, das ist natürlich ein Schmarrn und letzten Endes, aus meiner Sicht, ähm, macht der Stadtrat hier, da sind so ein bisschen die Umkehrungen der Machtverhältnisse, ne, weil der Stadtrat dann quasi sagt, lass mich mal wieder raus, ich bin hier fertig, so nach dem Motto und lässt ihn eigentlich so ein bisschen fallen eigentlich, ne, und in der Verzweiflung geht Valestra dann zum Joker, weil er den Weg sucht, wie er an Batman halt rankommen kann, ne, weil er Angst hat. Ja, weil sie halt ausgehen, dass Batman sie umbringt, ne, das ist halt der Hintergrund, weil keiner weiß, dass es halt jemand anders ist, der da tätig ist. Genau, interessant ist natürlich, dass es hier nochmal dieses, dass ja der, der Valestra denkt, dass Batman jetzt durchgedreht ist, weil er sich ja fragt, ja, der hat uns doch bisher immer in Ruhe gelassen, ne, also bisher ist er doch auch nicht so weit gegangen, so, was macht er denn jetzt, weil es hat sich ja offensichtlich verändert, weil jetzt wird er getötet. Ja. Das ist ja, glaube ich, der große Unterschied, warum der jetzt so Angst hat, ne. Ja. Ja. Geht leider, finde ich, ein bisschen, auch ein bisschen unter, also, dass das, dass die Mobs halt wirklich Angst haben, dass Batman durchdreht, also das ist jetzt so das Einzige. Ich weiß nicht, warum, ich hätte mir das irgendwie gerne ein bisschen mehr aus, aus Hülische gewünscht. Wissen Sie, was ich meine, so von, dass das von der Story her ein bisschen mehr aufgebaut wird, auch mit den anderen Gangstern, die, da, da dabei sind. Ja, die sind halt nur Mittel zum Zweck, ne. Ja. Ja, so meine ich, wie gesagt, es ist jetzt nicht tragisch, also ich persönlich, das ist rein so, für mich so, hätte man ein bisschen mehr daraus machen können, finde ich. Wir sind ja jetzt noch im Batcave. Batman sitzt am Batcomputer. Ich muss sagen, ich habe da optisch immer so ein bisschen mein Problem, weil dieser Bildschirm so gigantisch ist, dass die große, die große Schrift, die da drauf steht, nur schwer zu erfassen ist, bei dem Abstand, den Batman davor sitzt. Aber gut, geschenkt. Alfred ist auch mit Teil der Szenerie. Der hat da hier ein paar Decken, die er gerade poliert oder wieder zurücklegt. Und ein schönes Easter Egg noch, ne. Klär uns auf. Ja, auf dem Batcomputer, der auf dem Schirm, da macht man ja kurz Pause. Und dann kommt die, die O'Neill Funding, dann kommt Adams Tool, Tool and Die. Ne, O'Neill und Adams, da haben sie nochmal ganz kurz Daniel O'Neill und Neil Adams eingebaut. Schön. Das finde ich auch ganz nett. Ja, genau, aber dann kommen wir zu Erfurt und den Degen, genau, der Putzi Degen, genau. Richtig, und man sucht eben den Zusammenhang zwischen Chucky Saul und Buzz Bronsky. Der, ja, das führt eben zu dem Valestra. Ich finde die, finde ich den, den Dialog zwischen Alfred und Batman lustig. Ja. Als Batman quasi sagt, ähm, ja, ich mach da jetzt halt los und, äh, Alfred sagt, und danach fahren sie quasi zu ihr und er sagt dann, du denkst mir auch, du weißt alles über mich, oder? Ja, da fangen die sich richtig an, an zu zicken und, und er sagt dann, ich hab, pass mal auf, ich hab deine Windel gewechselt, ich weiß alles über dich. Mega gut. Das kommt immer gut, ne? Also ich glaube, jeder Alfred, außer vielleicht der 89er, hat diesen Moment, wo er eben sagt, ich hab damals schon, als ich die ersten Schreie durch Wayne Manor, äh, ja, gehört hab, der Ort von dem Batman 89, da wo er in der Küche sitzt, wo er über den kleinen Bruce Wayne erzählt, das ist eigentlich, äh, das Gleiche, ja, also. Stimmt, das mit dem, mit dem Reitausflug. Ja. Mhm. Stimmt. Aber eben, dass er halt eben, Batman, und das ist eben, glaube ich, dieses Bild, was, was so keiner vor Augen hat, dass er den schon, ähm, praktisch als Säugling, als Kind, oder auch, größtenteils wahrscheinlich auch, aufgezogen hat, ähm, er ihn in einer völlig anderen Form, kennt im wahrsten Sinne, und auf eine ganz andere Art, das, äh, macht man sich ja nicht immer bewusst, ne, sondern Alfred ist immer irgendwie derjenige, der eben jetzt Batman an, an der Seite steht, aber der seine gesamte Historie kennt, alles mitgemacht hat, vielleicht teilweise auch, ihn hätte in andere Richtungen lenken können. Das kommt jetzt ja gleich, das ist ja, das ist ja super wichtig jetzt noch, weil wir haben ja jetzt ja gleich diese Szene, wo es genau darum geht, ne, was, was passiert jetzt, und ich glaube, das ist dann, ähm, wahrscheinlich auch die Mitte des Films fast, ne, das ist ja ungefähr so, wo wir jetzt bei der Mitte fast sind. Ja. Ähm, genau. Also er ist jetzt nochmal, er untersucht es nochmal, und dann kommt nochmal die Erinnerung, weil er auf einem der Fotos, ne, in dem, in dem, in dem, in dem, wer ist bei Valestra im Wohnhaus, oder wo geht der hin, in der Villa, und dann guckt er sich die Bilder an, und auf einem der Bilder ist dann der Vater von Andrea drauf zu sehen, ne, und dann gehen wir in die Rückblende und sehen, wie Bruce Andrea, auch noch ein bisschen unbeholfen, aber einen Antrag macht, ne, genau, dem er auch sagt, ja, ich bin nicht gut darin, ne, er gibt ja den Ring und sagt, du weißt ja, worum es geht, ist nicht auch so super, ne, also genau, ja. So, hier, lass heiraten, los. Ja, Was mir jetzt nicht noch schwerer, du weißt ja, was geht. Aber diese schöne Stimmung wird dann auch noch von seiner Bestimmung unterbrochen, ne, aus einem Riss im Boden, soll ich, einem Loch im Boden entfleuchten dann scharenweise Fledermäuse. Fand ich sehr schön, dass man das hier tatsächlich geschafft hat, den hier reinzubringen, weil ich denke, weil es halt so eine Origin-Geschichte ist, und ich hatte schon, ich hatte in den Film ja nicht mehr so eine Erinnerung, ich habe gesagt, gibt das jetzt auch da die Fledermäuse, und ich habe das den ganzen Tag gemacht, dann denke ich, oh, haben sie sehr, sehr, sehr schön eingebaut. Weil sonst sieht man diese Fledermäuse immer als Kind, also, dass er sie als Kind sieht, ne, und hier sieht er sie als Erwachsener. Mhm. Und sie versetzen sie in Angst, beide. Großartig. Ist tatsächlich so ein Punkt, mit dem ich da so ein bisschen hadere, weil ich dann denke, ja, so war das aber doch damals nicht, ne, also wenn man, du warst wohl dabei, was? Sondern, ja, wie wir schon bei der Dark Knight Returns Besprechung hatten, war das ja so, auch meine erste Begegnung, glaube ich, mit der Origin-Story abseits von Batman 89, und da gibt es eben diese Szene, in der Bruce Wayne dem Hasen hinterherläuft, als kleines Kind, und dann eben durch dieses Loch stürzt, in die Betthöhle, und sie da entdeckt, hier ist das ja jetzt der Moment, dass er bemerkt, dass eine Höhle unter Wayne Manor steckt, ne? Mhm. Aber dazwischen machen wir noch einen kleinen Ausflug, und zwar Bruce und Andrea, wohin sind die unterwegs? Die fahren nicht irgendwo hin, die kommen da an, oder? Der Bruce, die bringen Andrea wieder zurück nach Hause, zum Anwesen, wo sie lebt mit ihrem Vater, und dann sind aber diese ganzen, dann ist da die Gangster-Versammlung im Hause Vermont, und, ne, dann gibt es nochmal so einen kurzen, okay, ne, mein Vater hat seine Klienten da, und es ist halt das Business, und, ne, und er wirft nochmal so einen kurzen Blick, und das ist ganz, die Szene ist schräg, ne, weil sie geht so rein, der Gangster guckt ihr noch hinterher, also das ist so ein bisschen so dieses, okay. Ist ja nicht irgendein Gangster, ey. Ja, das ist Jack Näbchen, ne? und der schmeißt ja noch Bruce die Kippe hinterher. Die Kippe ans Auto, ja, genau. Der hat jetzt schon keine Angst, ne? Ja, genau. Und Bruce wird jetzt zum Höhlenforscher, ne? Ja. Also wir wissen nicht, was dann bei Andrea passiert ist quasi, und dann sehen wir die nächste Szene, und er hat quasi das, wo die Fledermäuse rausgekommen sind, hat jetzt untersucht und sagt, Mensch, das sind ja ganz schön viele Höhlen, aber Offred hat eine andere Nachricht für ihn. Ja, eine schlechte. Ja. Genau, also er bekommt so eine Art Käst, nicht ins Kästchen, da ist ja sein, der Verlobungsring drin, ne, die Schachtel, und ein angehefteter Brief, und, ja, der an ihn gerichtet ist, und ihm sagen soll, ne, vergiss mich. Einfach so, ohne Erklärung. Ist auch das Dümmste, was die hätte machen können, tatsächlich. Ich hab mich ein bisschen über die auch geärgert. Die ist ja schuld. Die kannte Bruce Wayne gut, für ihn hat's gereicht. Ja, ja, zu Batman quasi, aber du weißt ja, ich will das gar nicht mehr. Ich hab ja meine Folgen alle schon gesehen. Der kann jetzt ruhig, der kann jetzt ruhig wieder glücklich sein. Die hätte ihn retten können. genau, aber die ist schuld, genau. Die ist schuld, ja, aber ich geh davon aus, der Brief, also ich hab mich da beim Lesen, er liest ja nur Fragmente davon vor, ne, weil das liest du ja ein bisschen wie so ein Telegramm, also es ist ja wahrscheinlich ein gewisser Brief, aber, ähm, trotzdem ist das ein bisschen, also die Art ist natürlich super schräg, ne, also, genau. Und er scheint es aber auch einfach so hinzunehmen, also er scheint jetzt ja auch nicht nochmal, ne, dahinterher zu gehen und zu gucken oder nochmal zu schauen, was ist mit ihr, also das wäre ja auch nochmal, aber das ist, glaube ich, so dieses, für ihn ist das, glaube ich, wieder die ultimative Verletzung, für ihn ist das schon wieder so, das, das macht er nicht, ne, weil dann, das, das kann er, oder ein Zeichen, ein Zeichen, genau, ja. Ja, als Zeichen, weil ich hab auch gedacht, weil es ist ja, wie er Andrea da abliefert, also so absetzt, er missbilligt ja diese ganze Szenerie, weil ihm ist ja klar, dass da irgendwas schiefläuft, wie er sie noch zu Hause absetzt, und ich hab irgendwie so den Eindruck, dass er da so ein bisschen, eh schon zwiegespalten ist, durch dieses, weil ihm ist ja klar, dass da irgendwelche dunklen Geschäfte laufen, ja, bei den beiden, und dann kommt er nach Hause, und bekommt dann quasi, dann auch noch jetzt, eine Abfuhr, also, also das ist, aber, ne, das ist Batman, über den wir hier reden, das ist, der wird irgendwann mal der beste Detektiv der Welt, oder der größte, und der macht sich hier niemals die Mühe, quasi dem hinterher zu gehen, da hat Henning schon recht, das stimmt, und das ist wirklich, weil er, wegen dieser Kränkung, genau, das möchte ich auch, also es gibt eine Zurückweisung, ich kann damit nicht gut umgehen so, und dann können mich jetzt alle mal im Arsch lecken, Richtig. ich wäre jetzt hier einfach der größte Rächer der Welt. Und er reagiert halt hier auch wieder nicht wie ein Erwachsener, ne, das ist genau das, also, weil, das ist meine Interpretation, weil normalerweise würdest du das, wenn du erwachsen, würdest du jetzt sagen, okay, das lässt du nicht einfach so stehen, ne, ich meine, die haben, die zeigen die beiden ja vorher auch, die führen ja eine Beziehung, das ist jetzt ja nicht irgendwie, ne, wir haben ja auch einen relativ, wir haben ja einen Verlauf auch, den wir sehen, und eine Entwicklung, er macht jetzt ja eher auch nicht einfach ohne Grund einen Heiratsantrag, ne, also, und ich glaube, das ist genau das, dieses Kränkung, Verletzung, okay, und dann ist es jetzt egal, ne, dann so nach dem Motto, dann, dann war es das jetzt, und dann gebe ich mich jetzt voll der Mission hin. War halt auch eine Zeit vor Social Media, ne? Ja, Ja, ich meine, er hat in meinem Auto das Auto telefoniert. Er ist einfach ein Milliardär, er ist einfach ein Milliardär. Genau, der könnte überall, der könnte überall hinterher fliegen, und wenn er wollte, würde er auch rausfinden, wo sie ist, und hätte die Mittel dahin zu kommen. Ich meine, jetzt schafft es ja auch, sie zu stalken, man muss ja sagen, sie kam ja an einem Punkt in seinem Leben, da war er ja eigentlich schon dabei, seine Mission aufzugreifen. Und er hat jahrelang, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, da schon darauf hingearbeitet, das zu werden, was er jetzt dann wird, und dann für diesen einen Moment, für diese, ich sag mal, diese, es gab diesen Einfunken Hoffnung, diese Rettung vor dem Ganzen, und das sollte nicht funktionieren, das sollte nicht klappen. Schon sehr Batman-like, auf jeden Fall. Ja, also das eine hat schon immer überwogen, weil er da ja schon auch ewig, auch viel rein investiert hat, an Zeit, Energie, an der Mission an sich, an natürlich seine Eltern, die ihm ja keine konkrete Antwort gegeben haben, auch wenn es darum ging, dass er auch glücklich sein darf. Und dann passiert das eben, dass er diesen Brief bekommt, in dem es dann eben heißt, nee, ich bin zu jung zum Heiraten, ich bin mit meinem Vater weg, und so weiter, vergiss mich. und dann ganz schnell, fast schon aus Trotz, dann wieder ihn zuwendet. Voll. Und jetzt, jetzt sind wir bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Bildsprache. Guckt euch diese Szene mal an. Das wird weggeblendet, indem er diesen Brief zerknüllt, und dann sehen wir nochmal eingeblendet, das Bild der Eltern. Und das wird überblendet in die Höhle. Da wird nichts mehr erklärt. Aber dieses, okay, meine Eltern haben die nicht geschickt. Ich war kurz davor, quasi meinen Eltern zu verraten, ne, und jetzt hat die mich sozusagen im Stich gelassen. Jetzt muss ich quasi wieder zurück. Ne, ich muss es wieder gut machen. Das ist ja auch alles hier auf der, auf der bildsprachlichen Ebene. Das ist halt Wahnsinn, was die hier machen. Wirklich. Also das ist wirklich so krass. Ne, also das ist ja, ich sage ja, das ist mega anspruchsvoll, weil ich glaube, heute hättest du auf jeden Fall, müsstest du das in einem Dialog nochmal klären. Das passiert hier aber alles nicht, weil da wird ja nichts mehr zugesagt. Ne, da ist keine Stimme, kein Dialog, nichts. Es wird nur nochmal auf die Eltern kurz geblendet und dann kommt Alfred direkt, der die Maske in der Hand hat. Ja. Ne. Schon verunsichert, eigentlich schon traurig. Total. Was da jetzt gleich passieren kann. Er will es eigentlich gar nicht wissen. Ne. Das ist auch sackstark, ehrlich. Ohne Mist. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, das finde ich, wenn er dann die Maske auf den anderen und Alfred dann anguckt, dass Alfred Angst bekommt. Ja. Erschreckt, ja. Er ist komplett schwarz, ne, der sieht aus wie ein Dämon. Ja, das ist ja jetzt quasi der Vater, der jetzt eigentlich sieht, dass sein Sohn ein Monster geworden ist. Exakt. das ist so, und das ist so großartig. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Szene, gebe ich dir vollkommen recht, das ist mit das Beste, was man mit Batman machen konnte. Vor allem dieses, er ist nur in schwarz, da ist keine Kontur, sie ist nur Schatten, er zieht die Maske auf, du siehst ihn dann in der Volltotalen, es sind nur noch die Augen, die ziehen sich zusammen, ne, dieser klassische Animated-Batman-Blick, so dieses, die Augen verengen sich, und dann der Alfred-Blick, so dieses, oh mein Gott, ne, so. Ja, und dann sagt er das auch noch. Ja, genau, dann sagt er das auch noch und dann dieses, okay, jetzt habe ich ihn komplett verloren, ne, und so ein bisschen auch dieses, oh mein Gott, was habe ich gemacht, ich glaube, das ist da ja auch ein Stück weit drinnen, ne, was habe ich hier, was habe ich hier geschaffen, sozusagen, ne, also, ähm, Wahnsinn. Wenn du das nimmst, was Gerd gesagt hat, mit diesem Väterlichen, du musst dir einfach mal vorstellen, du hast einfach deinen Sohn oder dein Kind großgezogen und der steht dann irgendwann da, obwohl du 20.000 Mal drüber gesprochen hast, steht dann irgendwann, obwohl der 50.000 Möglichkeiten hat und steht dann da und sagt, ne, ich ziehe jetzt in den Krieg, ich habe jetzt hier, ich ziehe mir jetzt die Uniform an, das sieht jetzt auch irgendwie schlimm aus und du stehst halt da und bist völlig hilflos einfach, ne, was sollst du dann noch machen. Das ist schon, das ist schon schlimm und dieses Bild, wo er die Maske in der Hand hat, ist ja so ikonisch, das sieht man ja überall, wenn irgendwo die Animated Series irgendwo, ähm, ähm, zitiert wird. Und was ich interessant finde, ist, die ganzen Bewegungen, sind ja klar, er hat diesen Schwur gelassen, als Kind das, was er erlebt hat, aber wir haben hier auch das, was, da werden wir ja später auch in einem anderen Customer drüber sprechen, wir haben hier diese One-Bet-Day-Geschichte. Das ist dieser eine Tag, an dem alles schiefgelaufen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, der das gekippt hat, dass er so geworden ist. Das sind ja mehrere eine Tage, ne? Der eine Tag, wo die Eltern gestorben sind, ist der eine Tag, wo Elf wird immer als Falsche gekocht hat. Das sage ich ja, wir wissen ja, wir wissen nicht, aber es ist hier dieser eine Moment, der dafür sorgt, dass der endgültig kippt. Für die Animation-Series gebe ich gerade da recht, das ist der Auslöse. Das ist einfach der Kicker quasi, das ist der Auslöse-Moment tatsächlich, ne? Also hier kann ich auch den Autor Michael Reeves, der diese Rückblenden geschrieben hat, zitieren, der auch sagt, das hier, das war so ein entscheidender Moment in dem tragischen Leben von Bruce, da er sich der Möglichkeit verweigert, ein normales Leben zu führen. Genau. Und Reeves erklärt auch, dass als Bruce die Maske zum ersten Mal aufsetzt und Alfred sagt, mein Gott, da reagiert er entsetzt, weil er diesen Mann beobachtet, also den Mann, den er von Kindheit an mit aufgezogen hat, diesen Mann, der dem Wunsch nach Rache und Vergeltung sein Leben lang hat verzehren lassen, nun auch noch das Unaussprechliche umarmt. Also so das, was Henning gesagt hat, also auch was Alfred hier beobachtet, oh mein Gott, was habe ich hier zugelassen und was passiert hier, das ist tatsächlich auch die Intention des Schreibers. Deswegen liebe ich diese Animated Series und deswegen liebe ich aber auch unseren Cast, weil es so ist, dieses, für mich war Batman immer, als ich ein Kind war, war Batman quasi eine starke Figur, gewissermaßen, die sich einsetzt für irgendeine Art von Gerechtigkeit, wie auch immer man das sehen möchte. Und die da irgendwie stark ist, gewissermaßen, und sehr das Bild eines übermächtigen Erwachsenen quasi hat. Und je mehr man sich damit beschäftigt, und die kriegen das, die kriegen das einfach innerhalb von ein paar Szenen, es ist ja auch nicht, dass es von Anfang an so unbedingt hat aufgebaut sein müssen, kriegen das innerhalb von ein paar Szenen mir so rumgezeigt, nee, das ist, nee, jetzt, ich bin jetzt der Erwachsene quasi und ich sehe, nee, das ist einfach ein verstörtes Kind, das irgendwie, das ist nicht auf die Reihe, kriegt der Erwachsene, also seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, aus Gründen. Deswegen haben wir die Arkham Insights angefangen, weil es halt so, weil die das eben so gut schreiben, und das ist wirklich das Großartige, und deswegen, dieser Film ist nochmal vielleicht nicht der beste Batman-Film, aber der sollte immer irgendwo mit genannt sein, weil das einfach unglaublich gut geschrieben ist. Ja, total. Er bringt halt einfach diese Momente, wie gesagt, das ist die beste Maskierungsszene oder Erstauftritt, die man eigentlich machen kann, also das muss man ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wie gesagt, weil es halt so einen absoluten Impact hat in diesem Moment. Weil das ist alles nicht drüber. Das ist alles so, weil das alles gut, super stilsicher ist, weil es gut geschrieben ist, weil es Bildsprache benutzt, weil es nicht mehr noch hier noch was macht, da noch was dranhängt, sondern es ist alles sehr auch, das ist ja, wir sitzen in Minute 36, der Film geht auch gar nicht besonders lang, das sind ganz viele kleine, aber extrem feine Szenen, die dem Ganzen ja auch unfassbare Tiefe verleihen, auch hier wieder, das ist quasi ohne Dialog, da passiert nichts auf der Tonspur, außer Airfields, oh Gott, muss es auch gar nicht, also vorher mit der Überleitung von Bruce, mit den Eltern, jetzt das, aber es ist anspruchsvoll, also es ist tatsächlich, ist das durchaus, das ist ein hoher Anspruch an den Zuschauer, finde ich, das ist schon einfach so. Und wie gesagt, für einen Zeichentrickfilm, der, auch wir haben vorhin darüber geredet, wann haben wir den gesehen, da waren wir alle relativ jung, okay, Gerd jetzt nicht, aber ansonsten, naja gut, ey, Gerd war da immerhin schon, wie alt warst du da, 27? Ja, stimmt. Siehst du, genau, so, genau, er lacht ja erst, genau, so, aber, aber wisst ihr, was ich glaube, ich glaube ja tatsächlich, dass ich das, und das ist ja auch das, was ich bei mir zum Beispiel glaube, wenn ich so da hingucke, was hat die Animated Series mit mir gemacht, also auch für die Batman-Figur, ja, das greifst du vielleicht alles nicht, also das kriegst du vielleicht alles auf so einer intellektuellen Ebene, kriegst du das ja alles noch nicht gegriffen, ne, in dem Alter, aber das nimmst du auf einer emotionalen Ebene ja trotzdem irgendwie wahr, ne, also diese ganze Melancholie, dieses, dieser Figur, diese ganze, obwohl der, ne, der ist jetzt nicht, das ist ja kein Zyniker am Ende in der Animated Series, aber der hat ja so eine, der hat ja trotzdem eine heftige Melancholie, diese ganze Figur, ne, das ist ja, das ist ja das, was für mich so die Animated Series immer ausgemacht hat, wir haben ja immer darüber gesprochen, so, dass ich das immer, wenn ich an die Animated Series meiner Kinder denke, denke ich immer, es ist draußen bereits dunkel, wenn es läuft, ich hab kein einziges Bild davon, vor Augen, wo ich denke, es ist draußen hell, weil das so eine Serie war, deswegen lief die ja auch passenderweise im Vorabendprogramm, auch im Winter, weil das so, ja bei uns, im Winter, und es hat auch gepasst, ich hab mal, Oktober, November lief die, glaub ich, damals an oder so, ne, haben wir darüber gesprochen, das passt da auch, weil das passt zu dieser, zu der Serie passt das auch, es ist draußen irgendwie dunkel, das ist alles ein bisschen düster und trotzdem, du kannst dich da irgendwie emotional reinlegen, ohne dass sich das jetzt verstört, ne, aber das hat ja trotzdem eine Tiefe und eine Dimension, die wird dir, glaube ich, auch als Erwachsener erst so richtig klar, ne, wenn du es tatsächlich auch irgendwie richtig greifen kannst. Und was es halt sehr schön macht, ist, es zeigt immer, wie eines zum anderen führt, also da konterkariert sie das quasi, zu sagen, es gibt diesen One Bad Day, sondern auch hier, selbst in diesem Film, werden Sachen aufgebaut, das hast du halt auch immer in diesen 20 Minütern oder in diesen, vor allem in diesen Doppelfolgen ganz oft, dass dieses, es gibt schon, es gibt irgendwelche Vor, irgendwelche Vorfaktoren, es gibt bestimmte Prägungen, sonst irgendwas und es gibt falsche Entscheidungen, die irgendeiner trifft oder irgendwelche Entscheidungen, die führen immer zu irgendwelchen Konsequenzen. Auch Batman ist davor nicht gefeiert, er ist halt ein Mensch, was ihn uns wieder näher macht, da ist er tatsächlich sehr menschlich, was das betrifft. Total. Er ist überhaupt nicht göttlich und, und das wird immer in so einem, oder immer, es gibt ja auch schlechte Folgen, aber das wird oft in so einem, in einer guten, in einer guten Balance gehalten und hier in dem Film, also jetzt hier in diesen paar Szenen, hast du es wirklich auf den Punkt quasi. Absolut. Das haben die geprobt über eine ganze Staffel von 65 Folgen lang und jetzt haben sie es quasi nochmal gut auf den Punkt gebracht. Das ist die Essenz, das ist, das merkt man halt, glaube ich auch. Und auch dieses Thema, was du gerade sagtest mit, das macht es menschlich, weil das ist ja ganz häufig bei Obsessionen so, das ist in der Regel ja immer irgendeine Flucht, in der Obsession, hier ist das ja genauso. Ich meine, das ist Batmans Flucht quasi, ist die, oder seine Flucht in die Obsession Batman. Gut, jetzt haben wir Batman. So, was kommt noch? Ein zweiter Teil von diesem Cast, würde ich sagen. Ich glaube, es ist ein wirklich schöner Moment, das jetzt auch so stehen zu lassen. Der Film ist mehr oder weniger an der Hälfte angelangt und ja, das glaube ich, ist auch der Moment, wo wir sagen, in der nächsten Ausgabe sprechen wir dann auch über, neben dem Phantom, auch über eine andere Figur, die jetzt hier Einzug hält und etwas prominenter gespielt wird und ja, würde ich sagen, dann hören wir uns wieder, hoffentlich wieder in dieser Besetzung und wünsche allesamt eine gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. 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 Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020